So Leute, was ist denn passiert seit dem letzten Mal? Äh, halt, wir können hier raus. Wir befinden uns in Schloss Lindblum. Wir haben es erfolgreich geschafft, zusammen mit Vivi Steiner die Prinzessin nach Lindblum zu bringen. Wir sind jetzt mit unserem Luftschiff in Lindblum gelandet, im Schloss. Und das ist der aktuelle Stand der Dinge. Da geht es jetzt weiter. Richtig reinrödeln. Erstmal richtig Mocknetten. Gut, hätte gerne einen Brief. Wir haben hier schon alles gelootet, gespeichert. Es ist... Ähm... Dann würde ich sagen, geht es jetzt mal weiter. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Nicht, dass uns aus Versehen noch Loot entgeht. Guten Tag. Unbefugten ist der Zutritt hier verboten. Okay. Und was ist mit dir? Oh, ist das etwa eine Matrosinnen-Kluft? In letzter Zeit gibt es ja immer mehr Matrosinnen. Eine begrüßenswerte Entwicklung. Hehe. Äh, seid gegrüßt. Kennt ihr euch mit Schiffen aus? Naja, schon ein, zweimal gesegelt. Aber was macht denn eine Matrosin im Schloss? Ich wurde ausgewählt, um das neueste Luftschiffmodell testzufliegen. Und zudem ist ja die Hildegard 1 irgendwo hin verschwunden. Und in seiner jetzigen Erscheinung kann seine Exzellenz die Hildegard 2 nicht fertigstellen. Nun lass doch nicht gleich den Kopf hängen. Eines Tages wird dein Name in aller Munde sein. Als erste Pilotin des neuen Luftschiffs. Daher, kannst du mir deinen Namen verraten? Vielen Dank, eure Worte haben mir Mut gemacht. Schön, aber wie ist denn nun dein Name? Also ich heiße übrigens Zidane. Ich heiße Elin. Elin, ein hübscher Name. Also jetzt, wo es dir ja besser geht, könnten wir ja mal essen gehen oder so. Leider keine Zeit für sowas. Aber jetzt nur noch, äh, ab jetzt nur noch Askese und hartes Studium. Lull. Er macht sie komplett an. Und dann wird sie jetzt hier komplett zum Arbeitstier. Ciao. Mir wurde gestern auf der Arbeit gesagt, dass ich die Erdnussbrötchen hochstellen soll. Ich war total verwirrt. Die Temperatur des Ofens. Oder soll ich eine TK-Kiste irgendwo hochstellen? Ja, das ist allerdings eine verwirrende Frage. Ich fühle das, Gonzo. So. Zykes, schönen guten Morgen. Kommt mit einem Alpaka-Gruß rein. Wie geht's dir? So, erst mal mit Opa quatschen. Der Opa Lutzke. Ich gönne mir gerade ein kleines Verschnaufalle. Ich find's so geil, die Dialekte in dem Spiel. Aber das siehst du ja. Kann dir also Schnurzpiepe sein. Aber höre, was ich zu sagen habe. Nun schau doch nicht so genervt. Meine Weisheiten teile ich ja schließlich nicht mit jedem. Den Worten anderer zuzuhören ist von großer Wichtigkeit. Das kannst du mir ruhig glauben. Der geschwätzige Opa... Jetzt heißt er der geschwätzige Opa Lutzke. Oh Mann, ist das... Das Spiel ist halt einfach so... ...so gut. Also es war damals, als ich so um die 27 war. Jetzt ist er eingepennt. Lull, ey. So. Ich muss mir jetzt erst mal einen Tee einschenken, Leute. So. Dann, dann. Kann ich hier durch? Willkommen in Lindblum. Ich kann einfach durchlaufen. Okay. Dann, dann. Dann, 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 dann. Dieser Aufzug verbindet die drei Stockwerke des Schlosses miteinander. Im Erdgeschoss fährt eine Lore, mit der man zum Hafen und zum hinteren Schlosstor gelangen kann. Über den Hafen und durch das hintere Tor konnte man auch ohne Luftschiff in das Schloss gelangen. Aber seit der Nebel aufgetaucht ist, sind beide gesperrt, da eine Passage zu gefährlich ist. Darüber befindet sich das erste Stockwerk, in dem ihr mit dem Frachtschiff vorhin angelegt habt. Im ersten Stockwerk ist es auch möglich, mittels der Lufthaxe in die Burgstadt zu fliegen. Und im zweiten Stockwerk schließlich befindet sich das Gemach seiner Exzellenz, sowie der Konferenzraum. Seine Exzellenz und ich sind meist dort zu finden und Zutritt erhält man nur mit seiner Erlaubnis. Du, Lili, was ist denn dieser Herzog Sitz so für einer? Ich bin hier in Lindblum zu Hause, aber bis heute habe ich den kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Großherzog Sitz ist ein Mann, der immer einen Schritt vorausdenkt. Er mag gewiss auch seine Macken und Eigenarten haben, aber er war Vaters bester Freund. Ich hoffe nur, dass der Großherzog ein offenes Ohr für mich haben wird. Keine Sorge, der wird dir schon zuhören, wenn ich ihn dazu zwingen muss. Wir erreichen in Kürze das zweite Stockwerk. Da fährt ganz schön lang der Aufzug, ne? Eure Exzellenz, Prinzessin Garnet aus Alexandrias Tier, um von euch empfangen zu werden. Wo ist seine Exzellenz? Wo ist der Großherzog? Sein Thron ist jedenfalls leer. Anu? Aber das... Zirp, Zirp! Zirp, Zirp! Seid willkommen, Zirp! Eine... Eine... Juck, Zirpe! Bam, Junge. So. Dir auch nochmal einen guten Morgen, Sykes. Eure Exzellenz! Welche Unverschämtheit! Zirp! Was? Was denn, Lilly? Ich dachte, du triffst diesen Sid nicht zum ersten Mal. Aber Moment mal, das ist doch eine Juck, Zirpe! Auch die Juck, Zirpen sind in Lindblum ziemlich groß. Was soll diese lächerliche Groteske? Uns bei einer Audienz eine Juck, Zirpe vorzusetzen. Behandelt man in Lindblum etwa so Staatsgäste? Die Prinzessin hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um es bis hierher zu schaffen. Und nun diese beleidigende Farce hier. Ist ja wohl der Gipfel der Respektlosigkeit. Bitte so beruhigt euch doch, das ist seine Exzellenz, der Großherzog. Jetzt reicht es mir aber endgültig. So etwas ist in meiner ganzen Laufbahn noch nicht. Wartet, Steiner. Da oben glitzert's, Leute. Das erinnert mich an die Situation gestern bei Genjin Impact. Ich muss es looten. Dieser Bart, seid ihr es wirklich, Onkel Sid? Ja, ich bin es, Sid-Fabel, Zirp. Als ich hörte, dass du eine Kette bei dir hast, die unserer Drachenkralle zum Verwechseln ähnelt, da wusste ich, dass du es bist, Zirp. Unser Wiedersehen nach langem erfreut mich zutiefst. Doch ich bitte, meine jämmerliche Erscheinung zu entschuldigen, Zirp. Bitte lasst mich die Dinge erklären. Vor etwa einem halben Jahr drang ein Unbekannter in das Schloss ein und überraschte seine Exzellenz im Schlaf. Als wir zur Hilfe eilten, da war es schon zu spät. Seine Exzellenz wurde in dieser Erscheinung verwandelt und seine ehrenwerte Gemahlin, die Großherzogin Hilda, wurde verschleppt. Wie furchtbar. Respekt, um sich unbemerkt hier in das Schloss reinzuschleichen, da braucht es schon jemanden, der in etwa meine Fähigkeiten besitzt. War es letzten Endes vielleicht sogar jemand aus deiner elenden Bande? Nein, Tantalus hat damit nichts zu tun, Zirp. Weißt du bei uns Bescheid? Wäre doch etwas beunruhigend, wenn ich als Herzog eines Landes nicht einmal über solche Dinge Bescheid wüsste, oder, Zirp? Onkel Sid, ich bin heute zu euch gekommen, weil ich euch bezüglich meiner Mutter um etwas bitten möchte. Ja, das dachte ich mir schon, Zirp. Aber für heute wollen wir es erst einmal gut sein lassen. Ihr seid sicherlich sehr erschöpft von den Strapazen der Reise, Zirp. Wir können dann morgen alles in Ruhe besprechen, Zirp. Immer dieser Zirp. Wie ihr wünscht, dann ziehen wir uns erst einmal zurück. Hier entlang bitte, die Tafel ist bereits gerichtet. Leute, die Tafel. Gibt's da auch Zikuh? Dieser Gourmetfraß im Schloss, das ist einfach nichts für meinen Gaumen. Ich weiß gar nicht, was Lilli an diesem Zeug bloß findet. Ich brauche jedenfalls was Zünftiges. Und das gibt's genau hier. Junge! Die Spezialität des Tages ist Karpfenkröten-Schenkelsuppe. Na, das ist doch was. Hey, Wirt, gib mir mal eine Kelle von der Tagessuppe. Hoffe, die ist heute nicht so dünn wie sonst. Was? Wer wagt es, über meine Suppe zu lästern? Ach, du bist sie, Dan. Hast dich ja schon länger nicht mehr blicken lassen. Alles klar bei dir? Aber immer doch. Und selbst so? Geht schon so. Also einmal Karpfenkröten-Schenkel-Suppe, richtig? Kommt sofort. Verzeiht, aber ihr steht mir hier. Etwas im Weg. Aber hallo. Er ist so ein Frauenheld. Übel, sag mal. Ja, wollt ihr etwas bestellen? Gut Morgen, Irmel. Gut Morgen, Irmel-Lady. Mrs. Irmel-Lady. So früh schon, ey. Ich fühle mich geehrt, Irmel. So. Ja, äh, okay, bestellen. Irmel hat mich aus dem Konzept gebracht, in dem sie so früh im Chat erschienen ist. So. Äh, nein, aber wann machen wir denn mal einen Rundflug oder so? Hä? Einen Rundflug? Ja, mit einem Luftschiff. Noch nie gemacht. Also ich sag dir, Lindblum aus der Luft. Traumhaft. Pass auf, wo du mit deinem Schwanz hinwedelst. Du belästigst damit die anderen Gäste. Wie war das? Na, dann guck dich doch mal an. Hast du ja selber einen? Recht verfilzt noch dazu? Verfilzt ist ja wohl nur deiner, du lausiger kleiner Affenjunge. Hey, Zidane, kein Streit in meiner Schenke. Lange nicht mehr gesehen, Zidane. Oh, ich glaub's ja nicht. Ähm, wie war dein Name gleich nochmal? Willst du sagen, du hast mich vergessen? Warte, ich hab's gleich. Xenia? Nicht wirklich. Christine vielleicht. Nein. Halt, jetzt hab ich's. Du hast doch früher gleich neben uns gewohnt. Wir nannten dich alle Mausi, weißt du noch? Mausi. Skandal, Schwanzwedelei? Ja, tatsächlich. Mensch, bist du aber groß geworden. Du warst auch schon mal origineller Zidane. Mach ja nur Spaß. Deinen Namen, den Namen einer feinen Dame vergesse ich doch nie. Freya, so heißt sie. Sehr schön, lassen wir natürlich auch so. Volk, Burmekianer, Geschlecht, weiblich, Alter, 21 Jahre, Linkshänderin. Bestätigen. Wirklich lange nicht mehr gesehen, Freya, du scheinst dich überhaupt nicht verändert zu haben. Wie viele Jahre ist es nun schon her? Spricht man's eigentlich Freya? Spricht man's eigentlich Freya oder spricht man's eher Freya? Ich glaube, man spricht's eher Freya. Also zumindest hab ich mal so ne Serie gesehen mit so Nordmenschen, wo auch jemand Freya hieß und so geschrieben wurde und die haben's auch so ausgesprochen. So, um die drei? Und wie ist es dir seit damals ergangen? Irgend, äh, etwas von deinem Geliebten gehört? Nach wie vor keine Spur von ihm. Und was treibst du in Lindblum? Doch nicht etwa am Jagdfestival teilnehmen. Natürlich, daran nehmen Leute teil, die etwas auf dem Kerbholz haben. Das macht es interessant. Verstehe, aber gib die Hoffnung nicht auf. Nimmst du etwa nicht heim, mein Bester? Hm, ich denke nein. Du enttäuschst mich, mein Lieber. Und hast du gar kein Heimweh? In Burmekia gibt es nichts mehr, zu dem ich zurückkehren könnte. Ohne ihn ist es nur ein Land wie jedes andere. Ich mag Freya total als Charakter. Ich hab schon beide Aussprachen gehört. Na gut. Zirp ist Königin Brane wohl auf? Ja, aber seit Vaters Tod ist Mutter nicht mehr dieselbe. Sie hat ihn sehr geliebt, sein Verlust muss sie schwer getroffen haben, Zirp. Und seit einiger Zeit geht ein ziemlich unheimlicher Mann im Schloss ein und aus. Seitdem hat Mutter gar keine Zeit mehr für mich. Ich denke, da braut sich irgendetwas zusammen. Mir scheint, als würde Mutter etwas ganz Schlimmes im Schilde führen. Doch außer mir scheint niemand im Schloss Mutters Aktivitäten mit Sorge zu sehen. Alle meinen, ich würde nur überreagieren, weil ich Vaters Tod noch nicht überwunden hätte. Und da dachtest du, du könntest dich an mich wenden, schließlich standen sich dein Vater und ich ja sehr nahe Zirp. Ja, ich dachte, wenn ihr vielleicht mal mit Mutter reden würdet, so würde sie euren Worten sicherlich Gehör schenken. Ich wartete also, bis das Theaterschiff aus Lindblum eintraf, um damit bis hierher gelangen zu können. Durch puren Zufall aber befand sich auf diesem Schiff die Tantalusbande, die ihrerseits mit dem Vorhaben nach Alexandria gekommen war, mich zu entführen. Und so nahm alles seinen Lauf. Es war jedoch niemand anderes als ich, der der Tantalus den Auftrag gibt, dich zu entführen, Zirp. Dan, dan, dan. Erstmal ein Schlückchen trinken. Uh, ich hab den Tee heute in Thermoskanne gemacht, ey, jetzt ist der richtig heiß noch. So. Er hat also der Tantalus den Auftrag gegeben, sie zu entführen. Bitte? Ich habe deinen Vater damals versprochen, dich zu mir zu holen, falls irgendetwas sein sollte, Zirp. Hier in Lindblum sind wir uns der gespannten Lage in Alexandria schon seit geraumer Zeit bewusst, Zirp. Doch hätte ich etwas Direktes unternommen, hätte dies womöglich noch einen Krieg ausgelöst, Zirp. Bark schuldete mir noch einen Gefallen von früher, sodass ich ihn, äh, also ihn und seine Bande einschaltete. Ich dachte mir, wenn Tantalus dich entführt und sie dann über alle Berge verschwinden, so wird niemand eine Verbindung zu mir herstellen, Zirp. Himmel mag den Namen Freya auch. Und wie die Dinge im Moment in Alexandria liegen, so würde auch niemand unsere Hilfe bei der Suche nach dir bitten, Zirp. Solange wir uns also nicht in irgendeiner Weise auffällig verhalten, bist du hier vollkommen sicher. Im Dorf Dali habe ich Schwarzmagier gesehen. Seelenlose, von Magie zum Leben erweckte Marionetten. Aber es kommt noch schlimmer. Unter der Schirmherrschaft Alexandrias entsteht dort eine regelrechte Armee von Schwarzmagiern. Danke für den Clip. Aber es kommt noch schlimmer. Unter der Schirmherrschaft Alexandrias entsteht dort eine regelrechte Armee von Schwarzmagiern. Achso, ich lese diese Armee schon doppelt vor. In welchem Zusammenhang, Vivi, zu all dem steht, ist mir nicht klar. Aber wenn ich mir ausmale, was geschieht, wenn Mutter diese Armee einsetzt. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es so weit kommt, Zirp. Doch selbst mit einer Armee von Schwarzmagiern ist Brane kein Gegner für unsere Luftschiffflotte, Zirp. Überlasse alles mir. Ich kümmere mich darum, Zirp. Meinte geradezu Oli. Ich habe ein Déjà-vu. Ach schön. Gut. Tantalus, seit wann sind wir hier in Secret of Mana? Moin an alle. Das stimmt. So, und schönen guten Morgen. Wie geht's dir? Stimmt. Tantalus gibt's auch in Secret of Mana. Tantalus ist doch, ähm, ist Tantalus, ist doch auch griechische Mythologie. Und ist irgendwie der Name für die, für die Hölle oder so? Irgendwie sowas habe ich im Kopf. Korrigiert mich aber, ist vielleicht auch falsch. Hätte ich gewusst, dass mein Erscheinbarst du so verwirrt, wäre ich später gekommen. Irmel, deine bezaubernde Anwesenheit, äh, verwirrt meinen Geist immer. So, ich vertraue auf euch, Großherzog. Aber, aber, kein Grund, so förmlich zu werden, Zirp. Ich helfe dir nicht als Staatsherr, sondern weil ich ein guter Freund deines Vaters war, Zirp. Vielen Dank, Onkel Sid. Wo sind wir hier? Tartarus, richtig. Jonas hat recht, Tartarus. Okay, ich glaube, ich habe was verwechselt. Tartarus ist was anderes, stimmt. Gut, aber Tantalus gibt es auch in irgendeiner Mythologie. Müsste ich jetzt nachgucken, ist aber auch nicht so wichtig. Das sind die Luftschiff-Docs, oder besser gesagt, das Herzen, die Seele unseres geliebten Lindblums, Zirp. Die Götter verstießen Tantalus in den Tartarus, die tiefste Region des Hades, und peinigten ihn dort mit ewigen Qualen, den sprichwörtlichen gewordenen Tantalus-Qualen. Du hast nicht unrecht, Basti. Also, ich habe indirekt recht. So ein bisschen. Sie haben mir TikTok-Videos vom Wendler vorgespielt. Lull, ey. Was ist mit euch los? So. Oh, danke, Irmel. Tantalus, in der griechischen Sage, König in Phrygien. Guten Morgen sehen und vielen Dank für die Info. Kein God of War, ohne einmal in die Hölle zu kommen. So ist es. So, weiter jetzt hier. Das sind... Ich höre jetzt auf, den Chat zu lesen. Das sind die Luftschiff-Docs, oder besser gesagt, das Herz in die Seele unseres geliebten Lindblums, Zirp. Habe ich, glaube ich, schon mal vorgelesen. Aber diese Docks sind doch vollkommen leer. Nun ja, dieses Dock Nummer 1 hier dient dem Schiffsbauern als Werft. Und bis noch vor etwa einem halben Jahr stand hier noch das neueste Mitglied meiner stolzen Flotte. Eine völlig neuer, revolutionärer Schiffstypus, der ganz ohne die Kraft des Nebels fliegen kann. Haben etwa dieselben Leute, die euch überfallen haben, auch dieses neue Luftschiff gestohlen? Naja, die ganze Sache war ein bisschen anders. In Wahrheit, Zirp, war da nämlich eine Bar. So ein süßes, junges Mädchen und... Ich bin nicht sicher, ob ich ganz verstehe. Fremdgegangen bin ich, alter Nah, nun mal eben. Und in ihrem Zorn hat Hilda mich in diese beschämende Erscheinung verwandelt, Zirp. Und als ob ich nicht schon genug gestraft wäre, Zirp, ist sie dann auch noch mit der Hildegard 1 über alle Berge geflogen. Seitdem ist sie nicht mehr zurückgekommen, Zirp. Ich habe zwar unverzüglich mit dem Bau der Hildegard 2 begonnen, aber in Gestalt einer Juck, Zirp, begeht die Arbeit nicht recht voran, Zirp. Ich schäme mich meiner selbst, Zirp. Nein. Aber in der Sache mit Königin Brane kannst du dich unbesorgt auf mich verlassen, Zirp. Ja, aber das Südentor ist beschädigt. Eine Passage nach Alexandria also zur Zeit nicht. Mach dir deswegen keinen Kopf. Die Reparaturen haben bereits begonnen, Zirp. Sobald das Tor wieder funktionstüchtig ist, werde ich dich nach Alexandria begleiten, Zirp. Speichern kann ich jetzt gerade noch nicht. Aber ich kann mich aufrecht hinsetzen. Erinnert mich nochmal an Speichern. Einfach das Zeug spammen, ob es Sinn macht oder nicht. Hauptsache gespammen. So. Sobald das Tor wieder funktionstüchtig ist, werde ich dich nach Alexandria begleiten, Zirp. Da, da, da. Ja, und hoffentlich gelingt es uns dann, Mutter wieder zur Raison zu bringen. Raison. Wer verwendet schon solche Wörter? Sagt jemand von euch Raison? Oh. Onkel Sid? Es ist nichts. Ich war nur damals mehr in Sorge, als ich hörte, dass das Theaterschiff sei abgestürzt, Zirp. Aber es scheint, als hätte Bark da wirklich einen sehr fähigen Junge in seiner Truppe, Zirp. Es ist mir klar, dass Lara solche Wörter verwendet. Guten Morgen, Zidane. Oh, bist wohl ein Frühaufsteher, Vivi. Ja, denn Sonntagmorgens gibt es immer das Retro-Frühstück auf Twitch bei Gluon. Da will ich immer zusehen. Äh, Moment, da steht ja was ganz anderes. In Lindblum geht es ja ganz schön bunt zu. So viele Leute an einem Ort sehe ich zum ersten Mal. Was machen die denn alle, wenn sie mal alleine sein wollen? Hier geht es immer so zu und die Leute kommen von überall her. Leute, die Luftschiff-Ingenieure werden wollen oder Leute, die Schauspieler im Theaterviertel werden wollen. Hashtag Schleichwerbung. Olli ebenso. Ach, die Snobs im Chat wieder. Bitte bewahre deine Raison. Ich bringe dich zur Raison. Raison. So, das Wort macht mich ganz kirre. Ja, weiter schlafen, Irmel. Das sind wohl alles ganz kluge Leute. Olli, hast du Raison gesagt? Ascht aus. Zu deinem Arbeitskollegen. Ach nee, du hast gesagt in Ermangelung von? Irgendwas. Klingt auch interessant. So. Naja, ein paar Taugenichtse und Vagabunden, so wie ich, sind da auch drunter. Aber egal. Irgendwie hat es mich hierher verschlagen. Und ehe ich mich versah, bin ich bei der Tantalus gelandet. Ihr wohnt alle hier? Ja, im Theaterviertel ist unser Hauptquartier. Ich gehe da jetzt gleich mal hin. Magst du vielleicht mitkommen? Nein, ich gehe mir die Stadt anschauen. Na, wenn das so ist, dann führe ich dich ein wenig rum, okay? Das brauchst du nicht. Ich komme schon zurecht. Jetzt fällt der Gil. Ich würde dich nur beim Flirten stören, was? Na, dann geh und such dir ein süßes Mädel. Lull. Mock mal her, erleuchte uns das erste Mal beim Schmied. Brauch mal nicht lesen, das kenne ich schon. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kupo? Na, logisch, Kleiner. Also sperr mal deine Lauscherchen auf. Ausnahmsweise werde ich heute auch noch über die Schmieden einen Vortrag halten. So. Xenio schreibt, Basti, Sir, mich düngt, wir haben eine erhabene Wortwahl außerhalb deiner prachtvollen Präsenz. Ihr seid Plebs. Oder Snobs. Eins von beiden ganz sicher. Meine Arbeitskollege anschließend ständig. Oh, in Ermangelung. Ermangelung. Ich mangel dir auch gleich eins. Bruderherz, ich habe von dannen zu ziehen. Dann wünsche dir einen schönen Tag noch, Xeno. So ziehe er von dannen. So. War klar, dass das wieder geklippt wird. So. Gut. Schauen wir uns mal kräftig in Lindblumen um, würde ich sagen. Dam, dam, da, 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 da. So, ich muss noch das Speichern einlösen. Das machen wir. Nein, nein, das war ein Zitat, Basti, ich bleibe noch. Ach so, Xeno, ja, das kann ich ja nicht wissen. Das ist schon wieder die komplette Verwirrung hier. Dann sage ich mal, WB, Xeno, WB. Ach, statt Bruder, ich muss von dannen ziehen, Brudi muss los. Ja, braucht bei mir alles ein bisschen länger. So. Mock nicht erst mal. Ein Brief für Sidan, Kupo. Kommt ja bald wieder nur Alexandria zurück? Alleine ist es hier so langweilig. Nein, es ist eigentlich nicht. Da habe ich beschlossen, habe in der Seitenstraße ein Kleinkunsttheater zu eröffnen. Naja, eigentlich war es ja die Idee von diesem Wirt. Der hat dafür ja gleich in seinen Kneipp an den Nagel gehängt, um mich auch dazu überredet. Boah, ist echt schwierig zu lesen. Eine Freundin von dir macht ein Theater auf. Klingt nach viel Spaß, Kupo. Ich hätte so gern einen Brief. Gut. Gut. Haben wir eigentlich irgendwelche neuen Items, die ich noch nicht angelegt habe? Nein. Es scheint nicht so. Oh. Der Herr ist ja alles schlechter hier. Hä? Ah. Okay. Die Mokris sind einfach zu knuffig. Mega. Ich liebe die Mokris in diesem Spiel. Oh, Ausrufezeichen. Bobodur-Statue. Bobodur ist allen als der Vogel bekannt, der die Göttersage das Auga überliefert und den Menschen Glück bringt. Da der erste Besitzer dieses Etablissements ein Vogelliebhaber war, wird diese Statue seitdem traditionell von Besitzer zu Besitzer weitergereicht. War dieses Etablissement, ja, wieder so ein Wort, das passt auch zu dem, was ich jetzt sagen will, mal im Besitz von Lara und, ähm, Olli. Möglicherweise. 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 Eine Übernachtung macht 100 Gil. Also wie steht's? Nein. Habe gerade genächtigt. Sehr gut, Irmel. Es ist, äh, angekommen. Uh, Basti zeigt Schulter. Ich habe überhaupt keine Schulter gezeigt. Sie ist bedeckt. Meine nackte Schulter ist von Kleidung bedeckt, sodass ihr gierigen, ähm, fleischeslustigen, ihr Antlitz nicht erblickert. Ich kann nämlich auch so reden. Das ist mal ein Schlückchen. Hinterwäldler, Rittersteiner. Das ziehen wir uns schön rein. Diese Stadt ist so groß. Ich weiß schon gar nicht mehr, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Entschuldigung. Äh, was bist denn du für einer? Und wie läufst du überhaupt rum? Ich habe mich etwas verlaufen und frage mich, ob ihr mich zum Schloss führen würdet. Ah, na, das ist aber ein ganzer neuer Aufreißerspruch, muss ich schon sagen. Äh, aber bei einer Blechbüchse wie dir muss ich leider strikt ablehnen. Wenn du mit mir ausgehen willst, dann besorg dir erstmal was Vernünftiges zum Anziehen. Lull. Danke, Zurkon. Danke. Äh, wie bitte? Hm? Was denn? Bei dem jungen Ding keinen Erfolg gehabt und jetzt probierst du es bei mir? Naja, aber ich fühle mich trotzdem geschmeichelt, auch wenn ich nicht deine erste Wahl war. Was um alles in der Welt sind das für Gurken? Also, äh, so es ging dir also nur um die Gurken. Das sind die feinsten Gurken ganz Lindblums, die köstlichen Schweißgurken. Na, willst du eine? Ist das ein Gestank? Je stärker sie stinken, desto besser schmecken sie. Dann nehme ich mal eine. Nicht mal wie Einheimische essen sie in einem Happen. Die, die sind ja vorzüglich. Geht immer nur um die Gurke her, so ist es. So, ach herrlich. Ich mag Lindblum, total. Pappis Kriegsschiff sieht toll aus. Wenn ich groß bin, dann will ich zusammen mit Pappi durch die Gegend fliegen. Hätte ich doch bloß auch ein Luftschiff. Ich brauche eine ganze halbe Stunde von hier. Mir ist klar, dass diese Schlossmauer von Feinden schützen soll, aber trotzdem kommt es mir übertrieben dick vor. Zu Fuß braucht man ewig, um dieser Stadt von A nach B zu kommen. So, erst mal umschauen hier. Wenn es um die Tore geht, sprudelt er immer gleich los. Der Kerl sollte seinen Soldatenhelm an den Nagel hängen und Reiseführer werden. Mesh Streuner, guten Morgen, herzlich willkommen. Richtig ausgesprochen, Mesh Streuner. Oh, ich bin rausgelaufen, das wollte ich nicht. Hilfe, schnell wieder rein. Steiner ist schon ein kleiner Trottel, Steiner ist ein richtiger Doofkopf. So. Wahnsinn, diese Skulptur. Die muss ein echtes Genie aus dem Marmor gemeißelt haben. So. Wir nehmen uns die Zeit und quatschen auch ein bisschen mit den Leuten, ja? Seid ihr auch zum Einkaufen hier? Ich mag die Dialoge total gerne. Ich komme gerne hierher, denn in Lindblum gibt es Geschäfte, von denen kann ich daheim nur träumen. Durch die... Achso, er labert übers Tor. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig. So. Hat es hier mit Opa? Der Vergnügungsviertel Opa. Was sind diese Lufttaxen praktisch? Als ich noch jung war, da ging ich immer zu Fuß bis zum Theaterviertel. Wenn ich das heute mache, dann sterbe ich unterwegs wahrscheinlich. Lul. So, was hier mit dem Fischmann? Stör mich nicht. Der Opa Guppo. Also, was wollte ich gerade tun? Gleich fällt es mir wieder ein. Lul. Steiner zu Prinzessin Garnet, ich zu Tiffa Lockhart. Das kann ich mir vorstellen, Xeno. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin der Chefkoch im Schloss. Mein Motto ist, lieber tüchtig salzen, als gar nicht gewürzt. Naja, ich weiß ja auch nicht. Wie macht ihr das mit Salz, Chad? Ich bin jemand, ich salze lieber sehr vorsichtig und würze dann am Tisch lieber nach. Wie kann das sein? Niemand kauft meine leckeren Gurken. Der Geschmack ist unerreicht, aber der Geruch stört wohl viele. Sind nun mal in Ochsenschweiß eingelegt. Wir brauchen sowas. Oh, was ist hier? Ist hier was? Ist nix. Oh, kann ich rein. Zurkon macht das auch so. Sam haut richtig Salz rein. Was haben wir hier? Kartensammlerausgabe 7, Sonderbericht. Welche Karten werden zu Sammlerstücken? Seltene Karten sind des Sammlers ganzer Stolz. Vielleicht sind auch schon in deiner Hand ein paar zukünftige Sammlerstücke dabei. Der Fabel Verlag, okay. Oh, wir können mit ihm Karten spielen. Aber wir machen es diesmal so, wir speichern, bevor wir Karten spielen. Dass, wenn wir eine geile Karte verlieren, wir neu laden können. Das ist ja kein... Oh, Loot, Leute. Das ist ja kein Blind Playthrough von dem Spiel. Ihr wisst ja, ich habe das alles schon mal gespielt. Wenn es auch schon wieder ein paar Jahre her ist. Aber wir wollen lieber so Richtung 100% spielen als... Ja, ihr wisst schon. Geht's da rein? Entschuldigung. Ich möchte speichern. Hier kann ich auch Karten spielen. Ich will speichern. Hä? Warum kann ich jetzt hier nicht... Jetzt geht's. So. Mal speichern. Xenio schreibt, treu doof ist ohne Sinn und Verstand auf eine Person hören und ihr Vertrauen. Ja, also Chat. Ist ja komplett Chat. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Vielen Dank für das Schwein und die Tentakel. So. Lass erst mal mit ihr Karten ballern. Ja. Ich spreche gerade aus irgendeinem unerklärlichen Grund wie dieser Typ, der meinen Hut trägt und so dicke Lippen hat. Was gehört ihr mit ihr? Boah, rasch da aus Okay 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 Herr Udo Mann, ey Scheißspiel Unentschieden, okay, noch ne Partie Easy Okay Was, die Blurenberg? Lindenberg Synchro Stimmt, das war echt Lindenberg, ne? So Machen wir jetzt hier Den krieg ich nicht so einfach Lass mal Strategisch vorgehen Hm Lass mal das so machen Okay Erscht aus Ist doch scheiße, Mann So Jetzt aber Ja Nein Raus Ich werde verlieren, Leute Unentschieden Noch ne Partie Einmal noch Einmal noch Chat Muss da Einigermaßen Wie es funktioniert Spielt trotzdem So ein Schrott zusammen Naja Ballern wir erstmal Den hierher Junge Geil Dann So Jetzt pass Er hat Er hat einen geilen Angriff Der hat eine geile Verteidigung Ähm Wir können uns den auch anders snacken Und zwar so Den da unten kriegen wir jetzt zwar nicht Aber Könnten wir das hier probieren Shit Okay Ähm Aber das rettet uns Ja 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 Gewonnen Und jetzt holen wir uns die Mimikry Karte Die ist nämlich geil Okay Und einen Bomber Hätte ich eigentlich auch gerne Erstmal Nein Keine weitere Partie Ich würde erstmal speichern Das Haar hinten fehlt Sam Genau so Danke danke Chat So Sollen wir uns noch einen Bomber holen Ich würde sagen Ballern wir rein Franzi gibt wieder an mit ihrem Haufen Punkten Muss alles noch teurer machen So Lass mal hier einen Bomber erspielen Bei Franzi ist das Pay2Gain Stimmt Mimik ist ganz geil Er hat einen guten Angriff Problem ist halt Ja mit lauter Karten Mit ganz guten Werten Aber mit wenig Pfeilen Das ist halt auch immer tricky Lauf hängt an Ähm Der hat gute Verteidigungsmacht Auf jeden Fall Sinn Den hierher zu setzen Okay Dann taken wir diesen Beziehungsweise Können wir das bisschen Ne Müssen wir so So ist gut Den Bomber will ich Uh Nice 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 Das machen wir So Ich will den Scheiß Bomber Fuck Ich will den Bomber Ähm Lass den mal Ja aber es wird nix mehr Es wird nix mehr mit dem Bomber Gewonnen Machen wir gleich nochmal ne Partie Tadadadam Ich bin der Rudolf Und wird schon hier Let's go Wir spielen Tadadam Er will n' Bomber Haben Darum muss er Mit deiner Karte Angreifen Die stärker ist Als der Bomber Aber wenn das so geht Dann war alles für n' Arsch Scheiße Scheiße Aber jetzt geht's doch wieder Ganz gut voran Dieser Bombermann Damm 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 Da baue ich jetzt erstmal hier so ne Karte rein Scheiße Kotzt mich an Wir nehmen den Genji hier hin Da ist nämlich keine Chance Jetzt gehört der Bomber mir So Der Mimik wär auch noch geil ne Aber ich will lieber die Vielfalt der Karten Okay Wobei Ich glaub halt Bomberkarten kriegen wir Indem wir einfach gegen Bomber kämpfen Ach komm was soll's Wir nehmen den Bomber Neue Karte Noch ne Partie Nein So Erstmal gut Auch jemand der Karten spielen will hier Erstmal nicht Dann gehen Dann speichern wir nochmal Und gehen gleich zu dem Typen ins Haus Das Vielfalt Das Verwirrt mich komplett Olli So Geil ey Ich bin komplett Kartenmeister Weiter geht's Egal wo und zu welcher Zeit Ist für ne Partie Tetra Master Oder von Für ähm Triple Triad Ist immer Zeit So Ist es Der Kartenfreak Gone Oh der ist bestimmt stark Leute Das werden wir aufs Maul kriegen Let's go So der hat die ultra geile Verteidigung Hier hin Dann Taken wir uns den hier so Snap Den taken wir uns Einfach so Pass up Junge Hier Den oder den So ist er halt offener Würde ihn gern ein bisschen So Okay Das ist okay Ähm Ich will den Geil Okay aber der hat keine krassen Karten Dann nehmen wir hier den Mimic Der ein bisschen stärker ist Nice Also der Kartenfan Gon Wie heißt er Kartenfan Gon Das ist Gonzo Leute Gonzo Du sollst mal deine Karten ein bisschen Aufbessern Die da So Geil Leute Geil Muss ich schon wieder speichern Oder Ne wir haben nichts krasses gewonnen Hier ist auch einer Direkt Karten spielen Der blei Der bleiche Sam Das ist der bleiche Sam Willst du Karten spielen? Ja Willst du mich mit dem bleiche Sam spielen? So Halt Äh Warte mal So Hätten wir den Mimic Hier billig Ja der hat Der ist nicht so geil Aber der hat ganz gute Wir nehmen den hier Und diesenjenigen Ja Gamer kommen halt selten an die frische Luft So ist das bleicher Sam So ist das So Erstmal hier verschanzen Dann Uh ja Bestens Ähm Den snacken wir uns Wie snacken wir uns den? Ich würde sagen Wir snacken uns den So Uh ja Und dann holen wir uns den hier auch gleich noch Lecker Ballern wir den hier rein Geil Ich hab halt sowas von gewonnen Ich mach jetzt einen auf safe Ist so safe? Wenn nicht alles schief geht Müsste so safe sein Ja Gut Wisst ihr was wir uns gerade zurückgekämpft haben? Einen Flunderdrachen Leute Flunderdrachen oder den hier? Ich würde den Flunderdrachen nehmen So Geil Oh gegen den Rotmagier Können wir auch spielen Da würde ich jetzt aber tatsächlich mal speichern Nachdem wir jetzt schon wieder ein bisschen Kartenprogress gemacht haben Das hilft dem bleichen Sam auch nicht mehr Der bleiche Sam Leute Wer kennt ihn nicht? Ah So Wo ist der Rotmagier? Bleib stehen Ich will Karten spielen Ja Oh der hat auch Der hat geile Angriffswerte Der Flunderdrache Jetzt kommt die Qual der Wahl Leute Verteidigung haben wir schon so stark Wir nehmen lieber Angriff Rein da Immer muss blau anfangen Mann ey So Brasch aus Jetzt wird angegriffen Aha Arschloch Wir machen hier den Move Leute So hab ich nämlich gewonnen Okay hat auch keine geilen Karten Keine weitere Partie So Wir räumen hier alles ab Leute Aber die haben alle Scheißkarten nur Bringt uns nicht so viel So lass mal dahinter gehen So wo ist der Loot? Gebt ihn mir sofort Junge Frau Guten Tag Bleiben Sie stehen Junge Frau Wollte doch nur mit Ihnen sprechen Aha Respawned Ich hasse dieses dämliche Jagdfestival Weil mein Vater jedes Jahr halb umkommt Bei diesem Wahnsinn Wuff Ist ja süß Bist du einen süßen Frau in Schürze Diese Kirche steht hier schon ewig Diese ganze Gegend war früher noch ein dichter Wald Das hat mir jedenfalls meine Oma erzählt Es war auch diese Kirche Die das erste Jagdfestival ausrief Erstmal Karten spielen Das wird so der Kartenspiel Simulator Es tut mir leid Leute Hey Meshstreuner Schön wenn es dir hier gefällt Vielen Dank für dein Follow So Einmal noch Ich hab's gerade parallel mit mir selbst gesagt Ist das creepy So Wann haben wir erstmal So vielleicht Uff Der hat so gut wie keine Verteidigung Das heißt wir greifen den an Der hat Angriff Let's go Okay Soll Nein warum hat das nicht funktioniert Okay geil Trottel Ähm Was machen wir jetzt Ich würde tatsächlich fast den hier hinpacken Oder wir machen es so Das wäre nicht ganz dumm Nicht ganz sicher Okay Das ist okay für mich Das ist okay für mich Den schnappen wir uns so wieder Perfekt Ah sehr gut Die Runde ist OP schon jetzt Alles easy Okay Danke Leute Der ist ganz okay Der Bomber hier oder Puh Glück gehabt Das war Skill Keine weitere Partie Im Duett Streuner loben Basti spricht unisono mit sich selbst Es tut dir nicht leid Hashtag Unser Trottel Nicht ganz dumm Ach man Chat Jetzt fühl ich mich wieder wie ein Dummkopf Ich bin Ja lieber den Bomber schützen Der dir Sechs Karten riskiert So Du hättest blöd geschaut Wenn mit dem Verlust des Bombers Plötzlich fünf Karten weg gewesen wären Ich hab das schon gesehen Olli Ich bin Nicht komplett verblödert Glaubt Oh Mann Ihr glaubt mir das eh nicht So Ich bin schon ganz kribbelig Bald geht's ja endlich Das Jagdfestival los Boah ich hab auch schon Bock Auf das Jagdfestival Leute Schlummer schlummer Ich muss dann aber noch kurz nachlesen Wenn Wer gewinnt Boah Okay da können wir Karten spielen Immer dasselbe Wenn meine Oma Den Priester predigen hört Dann schläft sie sofort ein So Sid der Erste Der das Reich Lindblum Gegründet hat War vorher auch einmal Sieger Beim Jagdfestival Karl Domo Vielen herzlichen Dank Für dein Follower Und herzlich willkommen Hat das grad keinen Sound ausgelöst Oder hab ich's einfach nicht gehört Hm So Aber gesehen hab ich's Diese Kirche wurde auch von Sid dem Ersten erbaut Um die Tradition des Jagdfestivals zu überliefern Doch gab ein Quä Okay dann hab nur ich's nicht gehört Wenn ihr am Jagdfestival teilnehmen wollt So reinigt erstmal eure Seele im Gebet Das Jagdfestival ist nicht nur ein blutrünstiges Spektakel Wie manche irrtümlich glauben Im Kampf Mensch gegen Biest Nur auf die eigenen Fähigkeiten vertraut Werden Charakter und Mut gestählt Wer dieses nicht versteht Ist der Teilnahme am Jagdfestival auch nicht würdig Okay dann beten wir erstmal Sehr geehrter Herr Gott Sir Ich bin's Dein Glui Bitte gib mir allen Loot Amen So Hätten wir das auch Was mit dir Die Leute aus dieser Gegend hier waren früher ein Jägervolk Und das Jagdfestival geht eben auf jene alten Zeiten zurück Okay Ausrufezeichen Uh Ja Der hat unsere Gebete erhört Leute Lederpanzer Geil Haben wir schon ne Ich bin ja gespannt wie du beim Jagdfestival abschneidest Ob du potenziell es nochmal startest Wenn das Ergebnis nicht passt Also ich hab das schon so oft gemacht Ich weiß in etwa worauf es ankommt Olli Also ich glaube dass ich ganz gut abschneide So Ich würde nochmal speichern Und dann nach mit dem Jungen hier noch Karten spielen oder Karl Domo schreibt nett hier Hast du die Icons extra für das Spiel reingestellt Oder ist der Channel immer in dem Style Das ist tatsächlich mein Overall Style für den Channel Domo Und vielen Dank für das Kompliment Also ich bin ein riesen Final Fantasy Fan Tatsächlich Also das ist Ein großer Teil meines Videospielerlebens Und deswegen auch Teil meines Channels Also Hier sind einige Final Fantasy Fans Im Chat Als auch vor der Kamera Und Ist nicht extra für das Spiel Danke für den Clip Xeno So So speichern Ah ein Mann von Geschmack Danke Danke gleichfalls Domo Und ich freue mich wirklich Immer wenn jemand hier vorbeikommt Dem es hier gefällt Dann fühl dich herzlich willkommen Und mach dich mal breit im Chat Olli vielleicht kannst du den werten Herrn Domo Und vorhin hatten wir Meshstreuner Mal den Discord posten Wir haben auch einen Discord Server Seid ihr herzlich eingeladen Auch außerhalb des Streams Euch mit den Leuten im Chat Oder mit mir zu unterhalten Über Final Fantasy abzunerden Das übliche Nuri Okimaki Thank you for watching And Have a good night Sleep well And I'll be glad to see you next time Thank you Aber nicht zu breit Ich brauche auch Platz Schreibt Clara Ok Ach Olli darf das Aber ich nicht Du darfst das auch Xeno Erstmal richtig rein Nerden Auf jeden Fall So Karten spielen Oma schläft So Ähm Gespeichert Hab ich gerade Oder Weil ich gerade so Mit Chat reden Komplett verwirrt bin So Der ist ganz gut Der ist ganz geil Oder Nehmen wir lieber noch Ne Angreifer Ich würde fast lieber Den hier mit rein nehmen Ey Guten Morgen Sven Wie geht's Wie steht's Mann Licht draußen im Gang Ist noch an Sven Könntest du's bitte Ausmachen Oh Mann ey Ich muss die Klappe halten Jetzt So Äh Was machen wir denn jetzt Ich würde den mal hierhin platzieren Ok war klar Dass einer von oben kommt Den ballern wir aber weg Am besten mit Scheiße Scheiße Junge Müssen's mit dem versuchen Oder aber Na das funktioniert nicht Wir müssen kämpfen Easy Jetzt pass auf Junge Ich hätte gern den da unten Haben wir schon Nen äh Mast Wie auch immer Die Fanden heißen Scheiße Angriff Ja Easy Scheiße Schon wieder Läuft hier schon wieder Alles schief So wir Wenn wir den hier Safen So dürften wir Einigermaßen Safe sein Unentschieden Äh Keine weitere Partie Hatte keine krassen Karten der Junge So Okay Erziehungstipps mit Basti Den muss ich mir später anschauen Achso Okay ich weiß was Erziehungstipps ist Jetzt weiß ich es Ich finde dafür sollte es Ein Befehl geben Licht aus Schreibt mir das mal In den Discord Dann denke ich vielleicht Daran das zu machen Mir geht's super Sven Danke Ich hoffe dir auch Bei dir alles in Ordnung Anzi muss zur Arbeit Oh du Arme Dann haben wir entspannten Hoffentlich entspannten Äh Hoffentlich entspannte Sonntagsschicht Theo schreibt Hast du nicht gemacht Basti Was hast du gerade den Clip angeschaut Doch habe ich Schäme mich So 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 Dann Dann Okay Ich brauche eine ganz kurze Pinkelpause Chat Ähm Und ich habe heute schon Kräftig Kaffee und Tee getrunken Die Blase Sie drückt mal wieder Ihr könnt euch in der Zeit Was leckeres zu essen machen Oder einen Kaffee rauslassen Oder was ihr sonst so macht Und Gleich geht's weiter mit Dieser Xeno macht mich fertig Alles klar Ähm Gleich geht's weiter mit Oder holt sich die Karten Bis gleich Unabhängig Ähm 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 Was ist es Schäme Seid 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Botgluon ist eben alt und langsam, noch alt und langsamer als Nicht-Botgluon Ich hab wieder Muskelkater in allen Gliedmaßen, Leute Ist das eigentlich ein Thermoglas, Herr Gluon, Sir? Was da? Das ist einfach ein Glas, wo so ein Plastik außenrum ist, damit ich, wenn ich daraus Tee trinke, mir nicht die Finger verbrenne Und ich find's ganz schön Botgluon ist nur ein Klon, so wie bei Metal Gear und altert deshalb viel schneller Jetzt kommen schon wieder die wildesten Theorien im Chat Sondern nur die Zunge, okay Genau, Lara, genau So Da, da, da Haben wir eigentlich in diesen Hauseingang schon reingelurkt, okay Ich mach mir immer so viel Tee und ich fand das schade Was ist hier? Okay Und fand das schade, dass ich ihn immer kalt trinke, weil ich immer so viel gleich mach Darum hab ich ihn heute mal in eine Thermokanne geschüttet Bei mir gibt das, äh, das gesunde Jucköl, von dem zur Zeit die ganze Apothekerwelt spricht Auch Bergjucköl Aus Bergjuckzirpen auf Lager, von Miralas Ölladen Nice Erstmal schön Juckzirpenöl reinschmieren hier Was ist das? Hier war doch grad Ausrufezeichen Jürgens Figurenladen Holt euch die königlichen Miniaturen, die jeder haben will Neue Braneminiatur, gerade reingekommen Schnapp sie dir alle Pokémon Wieso nicht in einer Tasse? Das hat so ein Ding, nennt man Griff Weil ich es ganz schön find, so einen Tee aus nem Glas zu trinken Find das Ich mag Mein ganz kurzer Real Talk, ne Wir machen hier sowieso kein Progress, weil ich die ganze Zeit rumrenne Alles nur loote und, äh, irgendwelche Karten aufsammle Ne, wir haben ja Zeit Ähm, mal kurzer Real Talk Ich bin ja so ein Mensch Mir sind Kleinigkeiten total wichtig Beziehungsweise, ähm, es würde mich jetzt nicht stören Das aus ner Tasse zu trinken Ich trinke ja total oft Tee aus ner Tasse Aber Ich mag so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Tee aus nem schönen Glas trinken Das ist was, das finde ich total ästhetisch halt Ich finde das schön Ich mag auch, wenn jemand schöne Klamotten trägt, ja? Es stört mich nicht, wenn jemand Also, das ist ja sowieso total subjektiv, ja? Weil Geschmack ist unterschiedlich und so Aber, ähm, wenn jetzt jemand was trägt, das ich schön finde Dann feier ich das total Also, ich hab, es gibt so bestimmte Ästhetik-Sachen und die sind auch sehr speziell bei mir Wie jetzt mit diesem Scheiß Glas Ich find das sehr ästhetisch Und ich bin halt total komisch Und wenn ich Sachen, die ich ästhetisch finde, äh, mache Dann macht mich das glücklich Fragt mich nicht, warum Ich bin ein komischer Freak Aber ist halt so Wenn zum Beispiel jemand Das reicht schon, wenn jemand ein schönes schwarzes T-Shirt trägt Das kann durchaus ein Mann sein Der trägt ein ganz schönes, dunkel-schwarzes T-Shirt Das nicht verwaschen ist oder so Dann find ich das total ästhetisch und ansprechend Und ich genieße dann diesen Anblick Ich bin ganz komisch, Leute Fragt mich nicht, warum, ey Ich bin komisch Cola schmeckt aus der Dose besser als aus der Flasche Eistee grundsätzlich nur aus dem Tetra-Pack und so weiter Genau, so eine Cola Schön aus der Dose Ist auch was ästhetisches Es ist dumm, sowas zu denken Keine Ahnung warum Oder zum Beispiel Ich finde meine Cartridges da hinten Von meinen Nintendo-Spielen Ist auch was total Schönes Das macht mich halt glücklich Keine Ahnung warum Ich bin komisch Lara schreibt Nö, kenn ich Isst gerne mit Essstäbchen Finde ich auch schön Trinke Mineralwasser am liebsten aus dem Glas Weil das lecker ist Du Basti Soll ich mal komisch sein Xeno Du bist eh oberkomisch Aber auf die Art Die ich mag Aber hau raus Meshstreiner schreibt Irgendwie habe ich jetzt Kopfkino Das passiert vielen Die bei mir zuschauen Das ist gefährlich Fashion Souls mit Gluron Ja schon ein bisschen Also ich bin Ich bin kein Modemensch Also versteht mich nicht falsch Ich bin Ich lege überhaupt keinen Wert Auf teure Klamotten oder so Sondern es gibt bestimmte Sachen Die ich sehr ästhetisch finde Wie gesagt Kauft das günstigste No-Name schwarze T-Shirt Wenn es schön schwarz ist Und einen guten Schnitt hat Dann feiere ich das übel Keine Ahnung Ich bin halt seltsam So Was schreibt Schreibt sie Schreibt doch nicht Sie sagt es Pris 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 Killer Boah ey Das ist schon wieder so ein Name Den ich nicht aussprechen kann Hast du schon die Sache Mit Alexandria gehört Das Theaterschiff hat dort Eine Wahnsinns-Explosion Ausgelöst Und ist fast über der Stadt Abgestürzt Überhaupt Seit die Brane Da auf dem Thron sitzt Hört man ja nur noch Solche Katastrophen-Meldungen So Okay Pepes Milchbar Frisch gemolkene Milch Von der Hochweiden Lindblums Ideal für einen Eintopf Hallo Wer macht Milch in seinen Eintopf Guten Tag Sir Ich habe mich lange und hart Auf das Jagdfestival Dieses Jahr vorbereitet Die anderen tun mir jetzt schon leid Denn ich stehe als Sieger Praktisch schon fest Okay Total schön der Brunnen hier Klar er ist pixelig und so Aber Sonst Oh das Wall of Text Ich lese Moment Bei mir Also Xeno schreibt Bei mir in der Nähe Gibt es einen Burgerservice Das ist ein Burgerladen Zum Essen Da gibt es einen Angestellten Wir haben da noch nie gegessen Sind dran vorbeigegangen Aber da arbeitet Der wohl schönste Mann der Welt Und wir wissen wo er wohnt Und wie er heißt Ohne speziell herausfinden zu wollen Das ist creepy Ja gut Das ist Also ich finde es erstmal total gut Wenn Männer Oder Menschen mit männlichem Körper Andere Männer Attraktiv finden können Finde ich total cool Wobei bei Xeno Bei dir ist das ja eh nochmal anders Dir ist das ja eh scheißegal Aber ich finde es trotzdem cool Ähm Aber Dass du seinen Namen kennst Und weißt wo er wohnt Ist jetzt Ist eher schwierig Franzi hört im Auto weiter streamen No Franzi ist halt auch eine treue Seele So Olli schreibt noch Ich lese jetzt ein bisschen Chat Sorry Dass es hier gerade im Spiel nicht weiter geht Wir spielen gleich weiter Ich finde daran nichts komisches Klingt jetzt furchtbar Aber ich genieße den Anblick Von speziell Frauen Die für mich einfach richtige Körperproportionen haben Sie muss dabei nicht schlank sein Einfach wenn es passt Die Relation von Beinen Zu Oberkörper Die Form und die Fülle Die Haarlänge Ich muss Muss teilweise voll der Creep sein Wenn ich gerade jemanden betrachte Weil ich die Proportionen Einfach angenehm finde Ja Creepy Time Für alle So Gut Lara fragt mal kritisch nach Xenu schreibt Neuerklärung Beim Vorbeilaufen Haben wir öfter seinen Namen gerufen Und gehört Und er wohnt genau nebenan Haben wir bei seinem Feierabend Als ich Feierabend hatte gesehen So Gut Ihr Creeps Ähm Ja ich mag es Wenn Chad Seine Storys erzählt So Tante Bruna Hast du denn schon einen passenden Topf Für das traditionelle Jagdfestival Gericht Also einen brauchst du doch mindestens Und ich habe lauter Gute hier Okay Gon schreibt Gonzu schreibt Als ich mit Fitness anfing War mein Vorbild Chris Pratt Aus den Guardians Filmen Welcher ist der Chris Pratt Ich kenne mich da nicht so aus Sag mal Sepp Gehen wir bald Dieser Laden ist doch sowas von öde Lass uns doch in den Itemladen Nebenan gehen Lull Komm schon Noch eine Minute Du sagst Das sagst du immer Geil Boah Was Das muss ich Mal Probe schwingen Früher gab es da ja so eine Zacken Frisur Die hätte so ein sperriges Teil gekauft Das meine Lieben Hier ist eine Anekdote An Final Fantasy 7 Früher gab es ja so eine Zacken Frisur Der hätte so ein sperriges Teil gekauft Das ist eine Anspielung Auf Cloud oder Zack Ach der Star Lord ist das Ja das ist auch ein Mann mit Mit einer super Figur Würde ich sagen Aber das ist immer subjektiv Finde ich Man muss Also man Man darf sowas sagen Aber man muss immer Respekt Davor haben Dass es Menschen gibt Die sich selbst Oder andere In anderen Variationen Lieber möchten Die Rüstung Sieht aber schäbig aus Wer würde die Dann bitte kaufen Jetzt mal hier rein Wenn du beim Jagdfestival Auf die vorderen Ränge Bringen willst Brauchst du meine Waffen Was hat der denn Dolch Haben wir schon Silenqueda Haben wir schon Ich will von allen Waffen Mal mindestens Zwei haben Chat Wegen dem Schmieden Feigchen Jagdspeer Rute Gabel Lederarmreif Ist Talarmreif Bronzefäustling Skatschen Zipfelmütze Xut 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 Eisenhelm Lederpanzer Zauberküras Okay Wir gehen erst mal Zum Schmied Und danach Kaufen wir hier ein Kann sein Dass wir noch ein bisschen Farmen werden Um die Kohle Zusammen zu bekommen So aufgepumpt werde ich nicht Aber der Bauch Ist schon mal weg Boah Das ist ja Meine Problemzone Mein Bauch Den krieg Ist halt Ich kann Sport machen Wie ich will Ich krieg meinen Bauch Nicht weg Aber ich esse halt auch Viel zu gern Süßes Und so Hab da auch sehr gelacht Das erste Mal lesen Ich mag den Humor Des Spiels Du weißt ja selbst Dass der Kommentar Von Zidane zur Rüstung Ja später nochmal Aufgenommen wird Jupp jupp Gamer Girl Schönen guten Morgen Wie geht's dir? Alles klar Jonas Wieder was gelernt Ja das weiß ich Gonzo Und auf Kaloriendefizit Habe ich mal Gar keinen Bock So Unser Kaffee Jetzt noch besser In jedem Monka Jetzt auch 10% Sorcher Wohnen Monka Kaffee Kappa Monka Wer kennt sie nicht Diese Kaffeesorten So Hier reinlunzen Sorry ich musste so Sprechen Weil sie sieht so aus Als ob sie so spricht So Wenn du am Jagdfestival Teilnehmen willst Brauchst du meine Medizin und Kräuter Ja brauchen wir Eigentlich momentan Nichts Gibt's hier noch was Immer nicht Ach Lara Nicht nur dein Körper Ist doof Der ist zwar schon Sehr doof Aber wir haben auch Doofe Körper Lara Oli schreibt Mein Bauch geht zwar weg Sieht dann aber mit dem Hautlappen ziemlich schäbig aus Ja wir haben gerade Darüber geredet Über Ähm Über Ästhetik Im Allgemeinen Ging's eigentlich Gamer Girl Und dass das Jeder ein bisschen Anders sieht Und Ja so So Was treibst du Das Feuer ist viel zu stark Du lernst es wohl nie Was Die Qualität der Waffe Hängt maßgeblich Vom Feuer ab Es darf weder zu stark Noch zu schwach sein Sei still Wir haben Kundschaft Nur mit deinem Mundwerk Da bist du gut Ab in die Schmiede Leute Mal wieder umschauen Dieses Feuer schmilzt Sogar Eisen In wenigen Minuten Ist halt richtig gut Er hat durchaus Potenzial Aber er ist einfach Schrecklich faul Es kann schnell halten Geil Erstmal in der Schmiede Direkt was geklaut Geil So und wie geht's dir so Kann ich dir was Fürs Jagdfestival Anfertigen Leute werden hier Richtig geile Waffen Reinballern So Okay Wir können das schmieden Wir können das schmieden Wir können das schmieden Können das Schmieden Lederarmreif Kristallarmreif Boah Wir können alles schmieden Leute Also Ich muss mir mal ein bisschen Aufschreiben Was ich kaufe Hey Dromsi Schönen guten Morgen Du Waschbärmann Wie geht's Ja man hat's an dem PC Geschaffen Mit ihrem Frühstücksjoghurt Guten Appetit So Ähm Ich muss mir aufschreiben Was wir alles brauchen Fuck ey Und dann gehen uns bestimmt Die Gill aus Oh ich hasse es jetzt schon So Also Also Aurora Brauchen Braucht Dolch Und Silenqueda Dann haben wir Organik Ich Ich Ähm Ich baue auch die Schlechteren Waffen Ähm Weil wir damit Gegebenenfalls Äh Abilities lernen Für den Charakter Na So Dann haben wir hier Äh Zweimal Silenqueda Kann's immer noch nicht aussprechen Dann haben wir hier Baumwollkleid Mach ich zwei davon Ich mach mal nur eins davon Das ist sauteuer Armreif Und Zipfelmütze Dann haben wir Wüstenstiefel Ich will halt alles schmieden Im Zweifelsfall gehen wir noch farmen Lederhut Und Lederweste Ich muss grad einen Einkaufszettel schreiben Leute Halstuch Federhut Und Zipfelmütze Kristallschild Äh Kristallarmreif Und Lederarmreif So War's das? Das war's erstmal sehr gut Dam 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 Ich lese kurz Chat Moment Gilgrinden Ja Tromsi schreibt ganz gut Und euch hier Mir geht's fantastisch Tromsi Danke So Tentakelgäufer schreibt Met Met Moin Guten Morgen Golfer So Karl Domus schreibt Stehen wir ja eigentlich Sehen wir ja eigentlich grad die PS4 Version Ich wollte ja mal PC mit dem Moguri Mod ausprobieren Da wurden die Hintergründe schon mal richtig aufpoliert Ne ist die Version auf der Switch Ist das Aber das mit der Moguri Mod Kenn ich tatsächlich auch Das sah Ganz geil aus Streuner fragt Äh Wie weit darf man sich einmischen im Spiel Ähm Du darfst dich total einmischen Denn das ist ja kein blindes Playthrough Das heißt Ähm Also was so Items Schmieden Abilities Und so Sachen angeht Darfst du dich komplett einmischen Nur keine Story spoilern Weil es einige im Chat gibt Die keine Die die Story noch nicht kennen Und Dex ist auch da Und schreibt Guten Morgen Ich bin noch im Halbschlaf Also erwartet nicht zu viel von mir Dex Wir erwarten von dir immer nur das allerbeste Egal in welcher Situation Guten Morgen Emma Girl ist auch noch im Halbschlaf So Okay Gut Dann gehen wir jetzt einkaufen Okay Denk dran Die Startwaffen Dolch und so Einmal zu behalten Streuner Das will ich sogar machen Das habe ich im Kopf Ich denke dran Ich weiß warum Also ich will alles mehrfach kaufen So Dolch Ähm Vom Dolch Also ich will von jedem Zwei übrig haben Im Zweifelsfall Das heißt Ich kaufe jetzt Zwei Dolche Selenqueda Ähm Da brauche ich Eins Zwei Drei Ich kaufe also noch mal drei Ist ein bisschen Ja Ein bisschen übertrieben Aber ist egal Mitrieldolch Ähm Da kaufe ich mal noch ein Davon kaufe ich auch noch eins Jagdsperr Kaufe ich auch mal ein Route Kaufe ich auch eine Gabel Kaufe ich auch mal Eine Keine Ahnung Ob das jetzt sinnvoll ist So Lederarmreif Für ein Kristallschild Da haben wir auf jeden Fall genug im Inventar Dann Kristallarmreif Wäre ansonsten Ähm Brauchen wir für den Kristallschild einmal Also dreimal würde ich den tatsächlich kaufen So Bronze Fäustling Kaufe ich einmal Eskatschen Haben wir zweimal Ja Passt Zipfelmütze Haben wir zwei im Inventar Brauchen wir hier Okay Kaufe ich noch zweimal Suit to suit Kaufe ich zweimal In Eisenhelm Haben wir zweimal Lederpanzer Brauchen wir nicht noch mehrfach Zauberkürers Habe ich einen im Inventar Ich würde einen kaufen Boah ey die Moneten sind jetzt schon fast leer So und jetzt ab zum Schmied Team Halbschlaf Halbschlaf Ich habe nicht mal Viertelschlaf So ist es Olli genau Einige Kenner hier im Spiel Die sich auskennen Finde ich klasse So also wir kaufen Aurora einmal Einmal Organik Ein Baumwollkleid Wüstenstiefel Halstuch Da fehlt ein Federhut Kann ich nicht kaufen aktuell oder Den Federhut So und ein Kristallschild Nice Jetzt sind wir richtig gut ausgestattet Kann ich einen Federhut kaufen Habe ich das übersehen Ah ich habe einen an Könnten wir das direkt schmieden Und was anderes tragen Hm Hm So erstmal Wie ist ein Arsenelupin Aurora Schwertseele Boah wir sollten fast ein bisschen Farmen gehen Leute Sollen wir ein bisschen Farmen gehen Seine Stats ein bisschen pushen Ich würde fast sagen Oder Erstmal Hier Wüstenstiefel Geld und Leben Gift und Galle Hau den Lukas Stärke Er kriegt das Kristallschild Das ist schon mal stark Hm Irgendwie kennt es in keinem Spiel Wirklich aus Final Fantasy 12 habe ich nie gespielt Ich oute mich Ist das was für ein Retro-Stream oder so Muss man das gespielt haben Weil ich habe sehr viel Schlechtes Darüber gehört tatsächlich So Ähm Ich gehe mal ein bisschen Farmen Leute Wir gehen ein kleines bisschen Farmen Dum 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 Xeno Vielen Dank fürs Zuschauen Ich wünsche dir schon mal Einen schönen Sonntag Und vielen Dank für den verschenkten Subman Xeno Lass doch nicht so viel Geld hier Danke dir Und streuen auch viel Spaß mit den Emotes So Grinden und Seilspringen Ich kann aktuell nicht Seilspringen Tatsächlich Äh Halt Mogri Pfeife war hier Nein Wo ist sie denn? Hier Erstmal speichern So Dann grinden wir hier mal ein Röntgen Schauen uns mal ein bisschen um Da 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 Die 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 Gibt es Wie es scheint Unterschiedliche Meinungen Zu Final Fantasy 12 im Chat Uh Nice Das war stark Die Lindblum Musik Passt halt 1a zum Sonntagvormittag Finde ich auch Äh Domo Ich muss ja tatsächlich sagen Dass ich die Ähm Den Final Fantasy 9 Soundtrack Super oft zu Hause Einfach so höre Oder beim Autofahren Weil ich ihn einfach sauschön finde So Das ist auch jetzt nicht schlecht Fürs Jagdfestival Wenn wir hier hin und wieder Ähm Wenn wir hier ein bisschen grinden Das ist kein Fehler Okay Halt Wollte speichern Bei 177 Seilsprüngen hängen geblieben Das ist aber schon ordentlich Aber ich werde Ich werde im Stream die 1000 probieren Ob ich sie im Stream mache Ist nochmal was anderes Aber Wir werden es auf jeden Fall probieren Okay Irmel Das ist seltsam So was haben wir hier Achtung es besteht Seit jeher das Gerücht Dass in diesem Zinngebirge Ein Altsgespenst hausen soll Bei unseren Untersuchungen Konnten wir nichts dergleichen feststellen Aber von einem Betreten des Geländes Ist abzuraten Zweite Grenzschutzeinheit Lindblum Wir sind frech Und gehen trotzdem Aha Kiste Elixier Nice Noch ne Kiste Phönixfeder Geil Schön reingelootet Gibt's hier noch was zu finden? Ist halt Geschmackssache Mit den Final Fantasy Teilen auch Da hat so jeder Seine Favoriten Zum Beispiel Ganz viele feiern ja Den zehnten Teil Übel ab Und da muss ich sagen Den finde ich Okay Aber der hat mich Nie so gecatcht Entschuldigung Ist aber halt auch Komplett unterschiedlich Ne? Gah Bin eingeschlafen Dankeschön So Jetzt weckt mich schon auf Junge Hat Jonas heute Nacht Irmelheimlich besucht Ist Jonas ein kleiner Stalker Dum dum Da dee da dee da Boah Direkt raus Geht direkt hier Tricks Gezeitenflamme Weg mit euch Gluon Geisterjagen Wie? Wat? Wat für Geisterjagen? Final Fantasy Die Spiele sind auch Recht unterschiedlich Schreibt Gonzo Einige sind mehr Open World Und Gameplay Andere sind eher Szeneastisch Und linear Ja auf jeden Fall Streuner Schreibt die im Wald Gibt's da Geister Im Wald? Ah Ich verstehe Und wenn ich den Streuner hat Ahnung Ich probier's Die freundlichen Monster Die wollen glaube ich Einen Jadestein Oder? Dann krieg ich Fett AP von denen Das ist ja genau das Was wir wollen Das probieren wir aus Nice Unterschiedlich Ja aber wir probieren's Einfach aus So können wir Relativ schnell An viel AP kommen Das macht Sinn So jetzt baller den weg Junge Blitzra Autschi Oho Okay War gar nicht so weh getan Ich dachte das sei stärker Lull Klepp Ich hab tatsächlich auch Final Fantasy Tactics Advance gespielt Und das hat mir Gut Spaß gemacht Muss ich sagen Was aber ein bisschen Schade ist Wenn man die 12er Story nicht kennt Ne So Pauschen Komm eine geht noch Ein da Wieso rumgeizen Wir könnten ihm noch Ne Ability geben Hau den Lukas Wenn schon Was ist wenn schon Klaut gleichzeitig auch Gil Nö Gift und Galle Ist ganz gut Gut passt So erstmal speichern Oder der Ragwurz Taucht auf Beim Ragwurz Müsst ihr mir helfen Leute Kennen die Antworten Vom Ragwurz Nicht Also zumindest Nicht alle Einige kenne ich Aber da sind ja Manche dabei Ey Übel Kam das Buch raus Ist so ein Lösungsbuch So Schauen wir mal In welchem Wald Wir auf einen Freundlichen Gesellen stoßen Bomber Let's go Wir werden so krass Aufs Jagdfestival Vorbereitet sein Leute Scheiße Größer werden Ey Bomber sind Harte Gegner Wie stark sind die Uff Okay Upsi Wir sind gleich tot Okay Den hätten wir Wir müssten dringend heilen Wir sind am Arsch Der greift jetzt an Dann sind wir am Arsch Scheiße Naja wir sind tot Lull Game over Gut dass wir gerade noch Gespeichert haben Halle ausgelöscht Okay Zwei Bomber Waren wohl Einer zu viel So Ich hab hier gar nicht Das letzte Mal Gespeichert Äh Moment Irgendwie Spielt Ähm Guck mal da unten Unbesiegbar Turbo Feindkontakt Lull Ähm Ne das war's nicht Äh Beenden So Toll Ich schlag was vor Gamer down Bist du aus Berlin Streuner Schreibst nämlich mit Berliner Akzent Bombenstimmung bei Zidane stimmt Das Lösungsbuch ist so Schlecht gemacht Ständig wurde man Aufgefordert Die Lösung auf dem Online Portal zu suchen Ich hatte kein Internet Oh nein Ist ja voll Voll doof So Spielladen Für den Gewinn Olli Eindeutig Für den Gewinn Gamer Girl Kommt auch aus Berlin Schön Hey Anni Schönen guten Morgen Weltallerbeste Anni ist im Chat Gelandet Wie geht's dir? So Keine zwei Bomber Sehr gut Leute Brand Berliner Aber eigentlich Brandenburger Okay Man Wäre gut In Brandenburg Spricht man den Dialekt Ja auch Müde geht's Anni Arme Anni Muss auch immer viel schuften Mir geht's super Danke Habe ich heute noch Aber ich bin mir sicher Dass das Play Online Portal Inzwischen down ist Ich mag Mag das gerne Wenn man so Lösungsbücher hat Ich habe leider Das ganze Zeug Das ich früher mal hatte Ich habe das Als ich Dann so Ins jugendlichen Alter Gekommen bin Nicht zu schätzen Gewusst Und Ja Habe das Zeug Dann alles Irgendwann weggeworfen Bereue ich heute sehr Muss ich sagen Hätte das gerne noch Bin froh Dass ich meine alten Spiele Und Cartridges Und so Teilweise noch hab So Gift und Galle Haben wir gelernt So Mal reinschauen Hier Anlegen Gift und Galle Okay Da müssen wir überall Noch lernen Gibt's hier eigentlich Noch was zu lernen Für uns Nee Okay Oh ich speicher lieber Bevor uns wieder Zwei Bombe Entgegen kommen Mein Bruder Hatte damals Secret of Mana Für SNES Plus Lösungsbuch Hätte er das mal Pfleglich behandelt Und behalten Wäre das heute Einiges wert Auf jeden Fall Also Wert ist immer so eine Sache Man muss immer einen Käufer finden Der einem das auch abkauft Aber Sag ich mal So den Wert Für einen echten Fan Der ist schon hoch Auf jeden Fall Hätte das Lösungsbuch Verliehen Aber nicht wiederbekommen Haben wir dann später Die englische Version geholt Weil sie günstig war Direkt eingeschläfert Für das Ehrgeiz Hier wird einiges gezahlt Aber wird halt nicht verkauft Ja Macht man auch nichts Verkauft man nicht So Jetzt baller den doch mal weg Hier Ähm Junge Laut Liste Taucht kein Geist In der Nähe von Lindblum Auf Sorry Kein Problem Wir farmen ja deswegen Trotzdem Mir geht's ja nur drum Dass wir jetzt noch ein paar Abilities lernen Bevor wir aufs Jagdfestival gehen Und dann die anderen Waffen benutzen Den Federhut Will ich ja ausziehen Weil ich daraus Was schmieden kann Das Darum ging's eigentlich Ein Bomber Ein Bomber Schaffen wir Größer Werden Junge Wenn der explodiert E Schweinischer Bomber Bam Junge Was ist Ziel beim Fest Weiß ich noch nicht Ich muss tatsächlich Mal nochmal nachgucken Was welcher Charakter Bekommt Irgendwie Würde ich Hätte ich ja Würde ich ja schon Gern mit Zidane Das Jagdfestival Gewinnen Glaubt Vivi Bekommt eine Karte Und was bekommt Freya Weiß ich nicht mehr Ein Ring Ich meine mich zu erinnern Dass Freya eine coole Waffe Bekommt oder so Streuner schreibt Ein Ring Hau den Lukas Haben wir gelernt Die Frage ist halt Ähm Ist eins von den Von den Items Ähm Rare Also bekommen wir das Nur dort Weiß das jemand Da Potions Müssen wir mal wieder Kaufen So Hau den Lukas Haben wir gelernt Okay Kristallschild Wir könnten Geld und Leben Haben wir das nicht Schon woanders noch Tatsächlich nicht Dann würde ich die Wüstenstiefel nehmen Und Geld und Leben Weiterleveln Schön war der Warnhinweis Auf dem Lösungsbuch Von Secret of Meiner Vorsicht Wer dieses Buch Verliert ist Verloren Lul War zumindest gut Fürs Early Game Schreibt Domo Laut meinem Gehirn Bekommt Zidane Geld Freya Accessoires Und Vivi Karten Steiner macht nicht mit Genau Korallenring Der ist glaube ich Schon geil Theaterschiffkarte Die Theaterschiffkarte Kriegen wir die Nirgends anders her Weil Hm Hm Aber es ist wahrscheinlich Gar nicht einfach Das hinzubekommen Dass Das Vivi gewinnt Ne Das muss man Taktisch wahrscheinlich Ganz gut machen Weil 5000 Gild sind mir egal Das ist gleich Gefahr Der Korallenring Ist natürlich Strong Die Theaterschiffkarte Wäre vielleicht Ein Rare Item Tatsächlich Theaterschiffkarte Kannst du auch so Bekommen Dann ist es Tatsächlich egal Ist das safe Olli Dass ich das Bekommen kann Weil dann Würde ich es Aus sportlicher Sicht So machen Dass wir versuchen Das Turnier zu gewinnen Alles klar Olli Vielen Dank Für die Info Weil den Korallenring Können wir auch so Bekommen Dann würde ich sagen Wir versuchen Mit Zidane Das zu gewinnen Foto vom Lösungsbuch Im Discord Nice Boah Zwei von denen Leuchtauge Schickt uns wieder Penn Ecke Ecke Zockt Schreibt Gib nicht auf Gib nicht auf Ecke Ecke Und herzlich willkommen Danke Bitte Nicht zu viel Spoilern Chat Manche kennen Die Story Noch nicht Nicht zu viel Spoilern Also Dann Wir wissen Auf jeden Fall Bescheid Fürs Jagd Festival Jetzt Wir werden Also versuchen Mit Zidane Zu gewinnen Mit Zidane Der Ring geht Zu schmieden Genau ja Den kann man schmieden Bin ich jetzt dumm Jetzt So Den wollte ich zuerst Ecke lässt Ein bisschen Liebe Im Chat Das kann nie schaden Gamergirl Schreibt Ich Kartensuche Die habe immer Vivi gewinnen lassen Aber auch Weil ich es Ihnen gegönnt hatte Stimmt schon auch Ja Ich würde es Vivi auch gönnen Also wir machen es so Wir versuchen zu gewinnen Aber nicht so hart Auf Krampf Wenn aus Versehen Vivi irgendwie gewinnt Dann Ist das auch okay Für uns Vivi ist ein feiner Kerl Vivi ist der Beste In der ganzen Story Ich liebe Vivi Guten Appetit Lara Wobei Nirgends festgelegt ist Ob Vivi Ein Kerl Ist Theoretisch Weiß man nicht So genau Ein Herz Für Vivi Ja Chat Haut mal ein Herz Für Vivi In den Chat Ich will jetzt mal Richtig Herzen Für Vivi sehen Herzen Am allerhärtesten Reiner Schreibt Was habe ich Von den Von den Gill Na mehr Gill Dex Schön Schön Dass Dass Du langsam Am erwachen Bist Ich glaube Ich glaube Bei mir hat Vivi Auch noch nie Gewonnen Olli So will ich Die Herzen Sehen Chat Geil Das ist die Version Auf der Nintendo Switch Eke Gender Gender Male Bei Vivi Okay Laut Wiki Okay Ja Ich muss Tatsächlich Sagen Ich bereue es Ein bisschen Ich habe ja Final Fantasy 9 Da hinten Im Regal Stehen Als Original Version Und Spiel Ja jetzt Auf der Switch Das heißt Ich habe es mir Nochmal Für die Switch Gekauft Und ich Bereue es So ein Kleines Bisschen Dass ich es mir Für die Switch Nochmal Gekauft Hab Ich hätte es mir Für PC Holen sollen Wegen den Coolen Grafikmods Die es da Inzwischen Gibt Das wäre Eigentlich Ganz cool Gewesen Das mit So Grafikmods Zu spielen So wie wir Das bei Final Fantasy 7 Auch Gemacht Haben Aber Ja Es ist Ja Ich sag mal Bei Final Fantasy 9 Ist das Mit der Grafik Nicht Ganz So Heftig Wie Bei Final Fantasy 7 Das Original 7 Ohne Grafikmod Spielen Das Sieht Schon Übel Aus Das ist Muss man sagen Grafisch Nicht gut Gealtert Also auch Wenn Final Fantasy 7 Mein ganzes Herz Dran Hängt Ich muss Sagen Das Originalspiel Ist nicht Nicht gut Gealtert Das war Richtig Geil Das Mit Mods Zu Spielen Da Hat Das Noch Mal Eke Schreibt Auf Steam Ja Ja Die PC Version Wäre Ja Dann Die Auf Steam gewesen Wahrscheinlich Genau Bei Quinner Ist das Geschlecht Nicht Wirklich Klar Stimmt Stimmt Es Kommen Ja So Tolle Charaktere In dem Spiel Ich Freue Mich Wir Grinden Hier Nur Die ganze Zeit Aber Wir Sind Gleich Durch Mit Grinden So Es Werde Licht Haben War Wenn Quinner Ein Kerl Ist Ist Sie Auch Gleichzeitig Ein Cross Dresser Weiß Es Nicht So Arsen Lupin Haben Wir Auch Gleich Den Federhut Können Wir Ausziehen Super Dann Ballern Wir Uns Hier Gleich Weihrauch Rein Wenn Schon Haben Wir Noch Ist Der Kristall Arm Reif Hier Ist Alles Klar Soweit Geld Und Leben Passt Dann Würde Ich Sagen Wir Ballern Den Mit 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 Einen Kampf Noch Wann Passt Das Eigentlich Wie Ist Unser Leben Können Wir Noch Eine Potion Nehmen Kaufen Wir Gleich Einfach Noch Ein Zwei Potions Wieder Einmal Noch Die Steam Version Ist Doch Bestimmt Nicht Teuer Ja Aber Ich Habe Jetzt Mit Der Hier Angefangen Weiß Nicht Ich Will Ja Ist Nicht Teuer Ich Kann Es Mir Schon Leisten Aber Wir Hat Ja Keine Ahnung Wir Gon Gon Schreibt Ich habe Die Final Fantasy Spiele Meist Doppelt Oder Dreifach Ist Bei mir Auch So Ist Bei mir Auch So Ne Also Ich Habe Final Fantasy 7 Dreifach Final Fantasy 8 Zweifach Final Fantasy 9 Zweifach Ja Ich Habe Mir Das Auch Mehrmals Gekauft Sogar Einmal Auf Japanisch Angefasst Das Ist Ja Gut Sind Fantastische Spiele Ich Fühls Leute Das Sind Kann Man Schon Auch Mehrfach Kaufen Meinte Jetzt Nicht Dass Du Sie Für Den Stream Holen Sollst Ich Dachte Nur Falls Primat Mal Die Mods Testen Möchtest Joa Ich Muss Sagen Ich Spiel Inzwischen Privat Fast Gar Keine Videospiele Mehr Weil Mir Einfach Die Zeit Dazu Fehlt Neben Dem Job Noch Neben Dem Stream Noch Privats Spielen War Nicht Mehr So Viel Tatsächlich So Jetzt Pass Auf Anlegen Das Haben Wir Gelernt Aurora Augen Auf Schwert Seele Augen Auf Lernen Wir Das Noch Mit Was Anderem Augen Auf Wir Könnten Das Organic Fürs Festival Benutzen Und Danach Das Aurora Einpacken Würde Ich So Machen Wenn Wir Dann Wieder Am Grinden Sind Das Passt Okay Würde Ich Auch So Mit Den Wüsten Stiefeln Und dem Kristall Schild Machen Ja Wird Richtig Reingeballert So Jetzt Schmieden Wir Noch Das Letzte Teil Das Uns Noch Fehlte Was War Das Mit dem Feder Hut Das Halstuch Und die Frani Ist Mal Wieder Im Chat Schönen Guten Morgen Frani Wie geht's Dir Lange Nichts Gehört Da 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 Zykes Hat Die Final Fantasy Teile So Oft Wie Es Die Gibt Für Jede Plattform Uff Ey Dann Hast Du Einige Teile Aber Ich Freue Mich Ey So Viele Fans Von der Final Fantasy Serie Chat So Ein Haltstuch Let's Go Was kann Das Haltstuch Nochmal Tontauben Oh Das Ballert Auch Nochmal Die Stärke Nach Oben Uh Stärker Als Das Als Das Kristall Schild Geil Nehmen Wir Zauber Sinkt Wille Sinkt Zauber Abwehr Geht Hoch Zauber Reflex Sinkt Etwas Nehmen Wir Ist Gebongt Geil Ein Halstuch Oh Jetzt sind Wir Aber Übel Ausgestattet Leute Ich sag's Euch So Wir Gehen Noch Ein paar Potions Kaufen Und Dann Gehen Wir Ab Ins Nächste Viertel Also Wir Machen Heute Auf Jeden Fall Das Jagd Festival Das Ist Auf Jeden Fall Klar Frani schreibt Gut Gut Und Dir War Wochenends Meist Nicht Daheim Was Hast Du Am Wochenende Getrieben Frani Mir Geht Auch Super Danke Und Es Ebenfalls So Ähm Was Kauft Man 16 Vielleicht Dass Wir Auf 20 Sind So Okay Wann So Schreibt Ich wünsche Mir Noch Mehr Remaster Versionen Aber Square Will Wohl Mein Geld Nicht Ich Hätte Gerne Alle Teile Von Sieben Mal Auf Aktuellen Konsolen Voll Unbekannt Dieses Final Fantasy Es ist Trotzdem Eine Nische Also Es ist Trotzdem Krass Obwohl Final Fantasy Obwohl Es So Viele Teile Gibt So Viele Fans Ich Kenne Immer Noch Viele Leute Die Viele Videospiele Spielen Und Sagen Noch Nie Was Von Gespielt Noch Nie Gehört Und So Es Trotzdem Eine Ziemlich Eingeschworene Gemeinde Zeig Schreibt Es Meine Lieblings Spiel Reihe Meine Auf Jeden Fall Auch Das Ist Mit Sicherheit So Und Ich Glaube Direkt Nach Final Fantasy Meine Nächste Lieblings Spiel Reihe Ist Die Resident Evil Spiel Reihe Eker Vielen Dank Für Dein Follow Und Auch Schön Wenn Es Dir Hier Gefällt Aber Ich Glaube Nach Final Fantasy Kommt Direkt Die Resident Evil Spiel Reihe Als Meine Lieblings Reihe Ach Herrlich So Stay hydrated Klingt Noch Mal Ein Schlückchen So Ich lese Chat Moment So Franzik Hat zum Glück Zeit Ein bisschen Stream Zu Gucken Domo Schreibt Es gibt Ja Mittlerweile Auch Sehr Schöne Art Books Ultima Archive Zur Final Fantasy Serie Und Das Recht Günstig Sogar Also Wenn Ihr Irgendwie So Coolen Fan Stuff Kennt Und Wisst Wo Man An Was Gut Drank Kommt Oder So Sehr Gerne In Discord Im Final Fantasy Channel Teilen Da Freuen Wir Uns Alle Drüber Frani Schreibt War Bei Meinen Freund Oha Frani Ganze Wochenende Lang Durchgeballert Nicht Schlecht Das Ist Natürlich Fürs Wochenende Eine Äußerst Gute Beschäftigung So Das Ist Das Jagd Festival Schreibt Dex Wirst Du Gleich Sehen Es Wird In 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 Dieser Stadt Wo Wir Uns Gerade Befinden In Lindblum Findet Ein Jagd Festival Statt Bei dem Wir Teilnehmen Tina Ist Auch Im Chat Tina Schönen Guten Morgen Liebes Alpaka Wurde 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 Etwas Stay Hydrated Teurer Gemacht Sir Basti Das Wurde Teurer Gemacht Dex Tatsächlich Und Begrenzt So Hashtag Katholisch Frani Schreibt Haben Lego Gebaut Das Will Ich Dir Glauben Dass Ihr Richtig Schön Lego Gebaut Habt Franzi Schreibt Da mein Text Gerade Nicht Durchkam Glaub Ich Gut Dass Meine Kollegen Von Sich Aus Sagt Dass Er Dumm Ist Wie Was Ich hoffe Mein Ich Verstehe Nichts Von Dem Was Franzi Da Schreibt Aber Ihr Kollege Ärgert Franzi Böser Kollege So Gonzo Schreibt Ich habe Gelernte Resident Evil Spiele Zu Speedrun Bis Jetzt 1 Directors Cut Remake 2 Und 3 Ja Die Kann Man Schön Speedrun Die Sind Gut Für Speedrun Auf Jeden Fall Frani Schreibt Ich habe Beweisbilder Jetzt Wird Schwierig Frani Ich glaube Die Müssen Wir Im Privaten Also Oder Gar Nicht Am Best Nein Ich Glaub Es Dir Natürlich So Ich Brauche Noch Mal Eine Kurze Pinkel Pause Ja Bin Ganz Kurz Im Pausen Bildschirm Und Bin Gleich Wieder Da Bis Gleich Ja Ihr Könnt Solange Ich habe Schon Lange Nicht Mehr Bomben Auf Euch Regnen Lassen Oder Hier Und Gleichzeitig Ein paar Sternis Für Euch Schnappt Sie Euch Schnappt 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also, wir sind komplett geil ausgerüstet, wir gehen jetzt mal ins nächste Viertel, haben überall Karten gespielt, geschmiedet wie die Irren Ich glaube, ich würde nochmal kurz speichern, falls wir nochmal auf einen guten Kartenspieler treffen So, Ausheben habe ich schon wieder ausgesehen wie ein Nymphensittich-Chat, ihr müsst mir das doch sagen Wenn ich das tue, halt, nach oben hier Da-di-da-dam-dam-dam Da-di-da-dam-dam Genau das, Olli Oh, Sam Schmeichelt hier schon wieder rum, der junge Mann So, Vivi geht einkaufen Das schauen wir uns natürlich an Was ist das hier für eine Nuss? Riecht süß und sieht schmackhaft aus Ich kaufe mal eine Ja, Vivi Hier in den Geschäften Lindblums gibt es lauter seltsame Sachen Kann man das essen? Es sieht jedenfalls ungefähr so aus, wie die Käferkarpfen, die Großvater immer gebacken hat Alice-Item-Laden Heute letzter Tag des Jagd-Festival-Schlussverkaufs Toll, ein Festival Entschuldigung, ich hätte gerne das hier Ich nehme an, du hast ein paar Mokris als Freunde, oder? Warum denn? Weil das eine Kuponuss ist Für Mokris die größte Delikatesse Ach, so ist das Das wusstest du also gar nicht? Naja, da hast du die letzte ist, die ich habe Schenke ich sie dir, weil du bist so wahnsinnig süß So schön Danke, Kuponuss erhalten Übrigens, was ist denn das Jagd-Festival? Ach, die lassen da ein paar Tiere in der Stadt frei und Toll, ein Tier-Festival Das klingt nach Spaß, vielen Dank Gutgläubiger Vivi stapft davon Hoppla, wo ist der denn hin? Tiere schön und gut, aber Tiere sind eben nicht gleich Tiere Domo fragt, was ist eigentlich der Altersschnitt? Der ist etwas höher bei mir im Stream tatsächlich Dex nennt das Retro-Frühstück auch liebevoll gerne mal das Rentner-Frühstück Also, ist schon Wir haben bunt gemischte Zuschauer, aber Der Schritt ist etwas höher Bei mir Was, wo ich nichts gegen habe, muss ich sagen Und die paar Jungspunde, die wir haben, sind alle sehr, sehr coole Leute Irmel ist das Baby? Ja, Irmel gehört auf jeden Fall zu den Jüngeren BB-Franzi So Sonderfahrplan Die nächsten drei Tage verkehren die Lufttaxen wegen dem Jagd-Festival nach dem Sonderfahrplan Okay Loot, wo ist Loot? Was ist mit dir hier? Oh, Karten! Let's go! Tina fragt, zählt man mit 27 noch zum Jungspund? Auf jeden Fall Auf jeden Fall Ist ja mal erfrischen, mal nicht angepockert zu werden Ich habe so oder so, das ist unabhängig vom Alter, habe ich den besten Chat auf Twitch Weiß zwar nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber irgendwie ist mein Chat einfach schon richtig geil So Den oder den? Den hier mal Rani schreibt, ab wann ist man denn noch Jungspund? Ich fühle mich ziemlich alt Hä, Frani, du bist komplett jung Rani ist auf jeden Fall auch noch Jungspund Garantiert So Ähm Was ballern wir wohin? Karte mit hoher Verteidigung Hierhin, würde ich mal sagen Arschloch So Ähm Scheiße Fang mal so an Gut So, Junge Aha Jetzt aufs Maul Was? Was ist hier passiert? Das ist das dümmste Spiel, das ich jemals gesehen habe Baller sie beide weg Erstmal den Achso, der hat ja null Okay Gut, wir laden dann einmal neu So Äh Scheiße, ey Warte mal, bevor ich neu lade Ich schaue mir noch kurz was an Die hat jetzt auch keine Special Karten Das heißt, das können wir uns dann auch sparen, gegen die zu spielen Okay Ähm Ich lade einmal neu Hier wird gecheatet So Chat ist auch schuld Das ist auch korrekt Gamergirl wird 32 Ja, ist auch noch eine junge Socke Speaking of alt Be right back Wäsche holen Ach, das dürfen Man ist nicht alt Nur weil man sich um seinen Haushalt kümmert Dann ist man halt erwachsen Aber Ach, alt, Leute Was bedeutet schon alt? So Wann ist man alt? Hust, Hust Das ist eine Kopfsache Würde ich behaupten Ich hatte ein bisschen Probleme damit Äh Als ich 30 geworden bin Dachte ich auch so Boah Jetzt bist du richtig alt und so Aber Im Kopf bin ich halt Kompletter Teenager Und dumm wie Stroh bin ich ja auch Von dem her Ist es völlig egal Ich bin kurz vor dem Zerfall Ich bin kurz vor dem Zerfall Aber danke für den Trostversuch Hä? Gar nicht Frani Frani ist komplett die Schnitte Ich weiß gar nicht, was die sagt Die meisten im Chat Alles Schnittchen Laut Gesetzgeber gilt man bis einschließlich 27 als junger Mensch Uff, dann bin ich alt So Hä? Irmel ist mega jung Habe ich aber vorhin auch erwähnt So Streuner schreibt Verdammt bin abgelaufen So Jetzt genug hier mit alt So Ich jungspund werde jetzt hier das Jagdfestival gewinnen Aschdi, du bist aber auch nicht chat Stimmt Ich bin nicht chat Oh, jetzt müssen wir das nochmal anschauen Gut, schauen wir das eben nochmal kurz an Jammel rettet unseren Altersdurchschnitt Vergesst nicht, wir haben auch noch Fabi und Chris im Chat Die ziehen den Altersdurchschnitt auch nochmal ein gutes Stück runter Mona ist auch ein Küken, stimmt Mona ist auch recht jung So ein paar junge frische Küken, die uns sportlich halten, haben wir schon im Chat So ist es nicht So, bitte genießt euren Aufenthalt So, wir gehen erstmal Schloss Lindblum Theaterviertel Industriegebiet Ich würde mal ins Industriegebiet gehen Als nächstes So Bitte genießt euren Aufenthalt Die Lufttaxen sind unser Lebenswerk Unser ganzer Stolz Wenn du einsteigst, dann zieh bitte die Schuhe aus Jawohl, ja So, schauen wir uns hier wieder in Ruhe um Jonas schreibt Hey, hey, Bashti Ich hab ein Rätsel für dich Vervollständige diesen Satz An der Nase des Johannes erkennt man Die Katze hier Die da oben sitzt So, ich gehe heute einen Hannes besuchen Einen frischen Heute gehe ich mal jemanden, der den Altersdurchschnitt richtig übel runterzieht besuchen Den Hannes Der ist erst ein paar Tage alt jetzt So Dieses Steindenkmal hat der jetzige Großherzog errichtet als Sid Der Achte von uns schiegt Statue Sid der Achte Entwickelt 1762 Ein Luftschiff Das mit der Kraft des Nebels fliegt 1771 bringt er mit seiner Luftschifflotte den Frieden über den Kontinent Er liegt 1780 seiner schweren Krankheiten Gibt den Thron weiter In Liebe und Gedenken an meinen Vater Sid der Neunte Ich bin so dumm, ne? Ich muss bei römischen Zahlen halt immer nachdenken Frani schreibt Sportlich kann ich halt nicht bieten Mecker selbst in Videospielen übers Treppenlauf Naja Aber ich weiß ja Ähm Wie du aussiehst, Frani Deswegen kann ich das schon beurteilen Das kenne ich auch, Sam Dass er zu dumm ist, seine Maske richtig aufzusetzen Loll, ey Der ist nicht schlecht, Jonas Azura Schönen guten Tag Herzlich willkommen So, wir spielen Karten gegen den jungen Mann hier Gegen Gus Alles merken für den Quizkampf Ah, da musst du mir einfach helfen, Domo Du musst mir einfach aushelfen, wenn wir auf Rarkwurz treffen So Ach, Karten, das hatten wir ewig nicht mehr So sieht's aus So sieht's aus So, was machen wir hier Hm, okay Den schnappen wir uns so Dann bunkern wir uns den mal hier so rein Dann Könnten wir uns hier beide schnappen Ja Nein Warum Was Entschuldigung So Ähm Scheiße Okay Trotzdem gewonnen So Zagnerkarte Okay, hat keine besonderen Danke, Sam Mann, ey So Und was findest du besser? Vorne, hinten? Mach das, Franzi, und gute Besserung Gamer Girl Gamer Girl kriegt verspätetes Frühstück Guten Appetit FSK18 Frage Ja, Channel ist ja auch FSK18 Warum nehmen wir auch die einzig wahre Antwort, Chat? Ihr wisst es Ja So Ich sehe schon, du hast Ahnung Die meisten glauben ja nicht Alles Banausen Bringt man den Antrieb hinten im Es ging immer nur um den Antrieb, Leute Den Antrieb hinten im Luftschiff an Dann wird seine Leistung viel besser umgesetzt So sieht es nämlich aus, Leute Weiß nicht, was ihr dachtet, worum es hier geht Warum gibt es unter den Ingenieuren nur so viele verschrobene Exzentriker? Tja, man weiß es nicht Was ist hier? Wir ziehen um Ich bin mit meinem Laden ab jetzt auf der Falger Plaza im Einkaufsviertel zu finden Ladenbesitzer Dagobert Darktides Oh Little Darktides Gibt es hinter der Statue noch was zu finden? Es darf kein Loot zurückgelassen Ja, Luftschiff, ne? So Oh, eine Katze auf dem Dach Lindblum sind überall Katzen Ich mag Lindblum So Sid, der Achter, auf den die Nebelantriebe zurückgehen Der hat eine Katze als Haustier Und da er das Vorbild aller Ingenieure ist, halten wir uns auch alleine Katze Ha Geil In Bronzeharnisch erhalten Uh Geil Uäh, was ist das? Was war das bloß in diesem Topf da? Ach, die Mucke ist so geil Nach der Arbeit gebe ich mir jeden Abend die Kante Okay, ich sage mal, du hast eher ein Problem Mein Freund So ist, sie ist so besessen von ihrem Gurkenstand Sie hat überhaupt keine Augen für mich Wenn sie zwischen mir und den Gurken wählen müsste, ich denke, sie würde die Gurken nehmen Sag mal, Spiel Da ist doch gerade Oh, gegen sie können wir auch Karten spielen Oh, ich müsste ja fast nochmal speichern Kann ich hier irgendwo speichern? Oh, welch Erfrischung Komm 2-1-Risiko-Chat Heute gehen wir voll Risk Oh, bitte entschuldigt Aber Höllen-Eintopf ist leider aus Ich will nur mit dir Karten spielen Da ist jemand einfach seinen Bronzeharnisch auf den Boden gefallen Gut, dass du ihn gefunden hast Ja Da-da-di-da-dam Da-di-da-dam Okay So, easy Das ist nicht schlau, das jetzt so zu platzieren Das ist schlauer Uh, den Yeti da, den will ich haben Jetzt pass auf Greifen den Zagnar an Oder den Yeti greifen wir an Der hat auch kaum Verteidigung Da-dam Der hat einen Angriff Nee Komm, wir machen das so So ist, glaube ich, ganz schlau Yes Ah, shit Wow Jetzt pass auf Ähm Wir müssen voll rein Wir müssen voll rein Volle Lotte Let's go Bäm Okay Äh, wir sollten den hier jetzt ein bisschen schützen Hm Auf der anderen Seite Wenn wir uns den hier holen Boah, das ist jetzt risky Das ist jetzt risky Uh, hat geklappt Wir sind komplett safe, Leute Geil Uh Okay, wir holen uns den Yeti Geil Keine weitere Partie Zeig mir deine geilen Karten Ist das ein Kartendeck in deiner Hose Oder freust du mich Chat jetzt Benehmt euch So, Luftschiff-Tagesblatt Hildegard 2 wird nicht fertig Die Arbeiten am neuen Luftschiff Hildegard 2, das vollständig ohne Nebel betrieben werden kann Wurden vorübergehend eingestellt Da technische Probleme aufgetreten sind Jawohl, ja Let's go Halt, raus hier Genau, Sam So Du, hör mal Hör mal Wenn ich mal groß bin Dann werde ich auch ein Ingenieur Und dann baue ich ein Riesenluftschiff Mit dem alle irgendwo zum Spielen fliegen können Gute Idee, junger Mann Dumm, dumm So Was mit ihm hier? Weißt du was das hier ist? Kannst du's glauben? Ein Prototyp des neuen Dampfantriebs Aber mit diesem Antrieb wird es im Haus immer so ekelhaft schwimmen Sieh doch nur Ich bin vom Schwitzen völlig abgemagert Na gut Okay Erstmal looten Eine Mimikkarte Nice Katze Hihi Sie putzt sich süß Und eine Zipfelmütze Geil So Sind wir dann hier schon durch? War das schon alles hier? Sehr gut Hier war er noch Ah, da konnte ich mit ihm noch halt quatschen Okay So Dann geht's noch ins Theaterviertel Aber vorher speichern Weil im Theaterviertel glaube ich Gibt's Können wir gegen jemanden Karten spielen Der ziemlich stark ist Habe ich in Erinnerung Jetzt wir gehen erstmal kurz speichern noch Zum Einkaufsviertel Doch, doch Alles in Ordnung Olli Alles in bester Ordnung Speichern Speichern So Wie viele Stunden spielen wir eigentlich schon? Ernsthaft? Schon bald 10 Stunden Und ich bin noch nicht mal im Jagdfestival Gut Könnt noch eine Weile dauern, Leute Ich hoffe, ihr habt Zeit Dumm, dumm, dumm So Ähm Wir fliegen Wohin? Ins Theaterviertel Einmal stretchen kurz Ein gutes Spiel sollte man auch genießen Das stimmt Streuner auf jeden Fall So Uh Wir können mit ihm Karten spielen Direkt rein Let's go So Sollen wir mal jetzt ein bisschen Wir haben ja jetzt hier so Karten Die sag ich mal Ja Nicht ganz so wertvoll sind Wenn wir die mal verlieren würden In der Runde Wäre das nicht so schlimm So Lieber ein bisschen mehr Richtung dafür Decks bis später Mach's gut So Wer ist hier mit einer guten Verteidigung? Er hier Seine Verteidigung ist auch ganz okay Ähm Ballern wir ihn mal hier Na der ist eher Angriff Fuck Der hier ist Verteidigung Jetzt haben wir kaum einen mit Verteidigung Ähm Wir machen das einfach mal so Sehr gut Dann schnappen wir uns Den hier irgendwie gleich Pass ob So Okay Guter Zug Guter Zug Parken den mal hier Oha Junger Mann War jetzt aber angegriffen Pass auf Ähm Wir greifen den unteren an Ich hasse dieses Spiel Unentschieden Okay Er hat keine interessanten Karten Lassen wir gut sein Passt schon Oh Mit ihr können wir auch Karten spielen Junge Frau Let's go Wir brauchen glaube ich Ein bisschen mehr Verteidigung Das ist der halt schon geil Und der hier Kaktus ist auch geil Mann ey Nämlich wieder die guten Karten Jetzt haben wir genug Verteidigung Jetzt bräuchten wir eher noch ein bisschen Angriff Ja komm Ihn hier Ja 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 Hm Wir bräuchten nach links noch ein bisschen was Ja Ihn hier Komm Passt Ich bin der Kartenmann So Hm Nice Dann schnabulieren wir uns Den hier so Shit Pass auf Ist aber kein Problem Wir greifen hier mit dem an Ballern die alle weg Ja Geil Sehr gut Ähm Schnappen wir uns Wir machen uns jetzt ein bisschen weniger Ich will den da haben Da oben Den Frosch Ähm Pass auf Wir ballern den hier hin Ist halt auch gefährlich Ne Den hier hin Baller Ich bin mir grad nicht sicher Also das Problem ist Wenn ich den jetzt hier hin Baller Da kriegt er maximal eins Der zielt halt wieder komplett auf alle ab Kommt egal Der könnte ganz Okay Das ist okay Das ist mehr als okay Nice Perfekt Okay Ähm Der mit der eins Oben ist eigentlich ganz gut Der hier Ja Okay So Das müsste ich aber fast nochmal speichern Ey So ein Active Time Event Dampfantrieb Steiner wieder Irgendwie hab ich ja wieder ein Schloss zurückfinden können Aber wo war gleich nochmal das Gemach der Prinzessin Diese Stadt und dieses Schloss sind einfach viel zu groß Entschuldigt aber könnt ihr mir bitte sagen wo ich hier eigentlich bin Willst du etwa sagen du hast dich verlaufen Na na Das ist nicht ein wenig peinlich für einen Soldaten Aber was soll's Dann will ich dir Will ich mal nicht so sein Wir befinden uns hier auf der Brücke Die das Schloss und die Luftschiff Docks verbindet Genau vor unseren Augen erstrecken sich die Docks Ehrfurcht gebietend Nicht wahr Hey also ich muss sagen ich finde die Grafik ist super Super gut gealtert von dem Spiel Ich finde das sieht immer noch alles total cool aus Und was ist das für ein Schiff Für ein gigantisches Luftschiff da Hey hey schwer zu übersehen was Diese majestätische rote Ungetüm Das ist die Hildegard 2 Dank des neuen Dampfantriebs Den der Großherzog entworfen hat Kann die Hildegard 2 auch dort fliegen Wo kein Nebel ist Olli schreibt Du hast mich also jetzt endlich getroffen Wolltest du nicht sagen Aber alter Mann Das bin ich So Dieses Schiff soll also wirklich ohne die Kraft des Nebels fliegen können Soll die dumme Frage Schließlich gehört dem Dampf die Zukunft Im Gegensatz zu diesem Nebel Besteht Dampf ja aus Wasser Für den menschlichen Körper besteht also keinerlei Gefahr Hahaha Wieder einmal ist Lindblum dem Rest der Welt voraus Läuft da weg Olli So Gut Gibt es hier irgendwo Karten Karten Ich muss speichern Leute Es tut mir echt leid Aber ich habe keinen Bock geile Karten zu verlieren Mann ey Gibt aber auch zu viele die hier Karten spielen Ist doch typisch für mich oder irgendeinen klugen Mist ab Sondern mich dann vom Acker machen Ist halt 100% Olli Ja mal vielen Dank fürs Zuschauen Viel Spaß beim Sam's Spielen Einen schönen Sonntag Mann ey Ich bin zu dumm zum Laufen Immer wenn es um eine Dampfmaschine geht Muss ich an den Film Die Feuerzangenbowle denken Habe ich noch nie gesehen Tatsächlich Ist das irgend so ein Jugendfilm oder so Oder Eher Nicht das richtig im Kopf Oder vielleicht habe ich ihn schon mal gesehen Oder erinnere mich nur nicht dran Das kann natürlich auch sein So Theaterviertel Dann wird nochmal richtig Karten geballert Immerhin weiß ja jeder Dass Antriebe auf Dyhydrogenmonoxid basierend Die Zukunft sind Schreibt Olli Okay Klugscheißer Was? So Erstmal Karten zocken Junge Ja Ja Tim Geil Nicht sicher mit welchen Karten ich spielen soll Die ist ziemlich geil Was haben wir hier? Wir sind alle ganz okay So Ich würde sagen wir nehmen noch den Kaktus Weil der so einen geilen Angriff Und eine geile Verteidigung hat Die Genji Rüstung Oder? Hm Alexander fast stärker wäre Hm Wir nehmen Alexandria So Üsegrüm Üsegrüm So Ballern wir erstmal weg Indem wir das hier tun Shit Macht aber nix Macht nix Ähm Richtig dicke angreifen War ich mit dem hier Ja Geil Junge Ist mit dir Hm Ist eigentlich egal Den hier Was? Wollt ihr mich verarschen? Unentschieden Oder? Okay Hat eh auch keine geilen Karten Keine weitere Partie So Was ist mit euch Ihr Snobs? Kann ich mit euch beiden spielen? Scheint so Ein Film der während des Zweiten Weltkrieges gedreht wurde Von Heinz Rühmann Echt? So habe ich das gar nicht im Kopf Okay Dex Danke BB So Warum hat der ein X? X ist ja geil Will mit dem X spielen So Ähm Kaktus Komm Let's go Let's go Oh ja Geil Jetzt kommt erstmal der Verteidigungsgott hier hin He he So ich lachen Junge So Ähm Pass auf Der hat auch ganz gute Verteidigung Gar nix hat der Ähm Was ist denn das für eine Scheiße hier Okay Der hat einen guten Angriff Wir ballern den direkt weg So Den könnten wir auch wegballern Let's go Würde ich sagen Nice So Wo setze ich den jetzt am besten? Ist eigentlich egal Die letzte Karte darf halt nicht alles destroyen Gut Gewonnen Alles Schrottkarten Die der hier hat Goblin hat viele Eckens Neben bei denen Ähm Ähm Was die wird der König der Duellanten Aber sowas von So junge Dame Let's go Siege 22 Wendelberger Syndro Vielen herzlichen Dank für deinen Followern Herzlich Willkommen Wendelberger Syndro Wendelberger Syndrom Was ist ein Wendelberger Syndrom? Wendelberger Dadadidam 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 Wir wollen den Kaktus sehen Und Alexandria Dann wird's ihm vergehen Wir nehmen seine Karten Dadadam Dadi Da-di... Mh-mh! Mh... Ist noch Risiko? Shit! Machen wir das einfach... Scheiße, wir werden jetzt nicht unsere eigene Karte angreifen. Aber das ist okay. Fuck! Mh-mh-mh... Da-di-dam... So, gewonnen! Mh-mh... Hat auch nur Kack-Karten? Ähm... Was haben wir denn da? Die sind alle... Boah... Nichts besonderes dabei. Nehmen wir den hier. Mh... Gami-Basti wohnt in Bastis Brille und kommt zum Vorschein, wenn er in Gefahr ist? Was für ein Ding, Dex? Ist das irgendwas... Das ist aus irgendeinem Anime oder so, den ich nicht kenn? Klingt zumindest so. Wendelberger-Syndrom schreibt eine Mischung zwischen den Kindernamen von meinen Eltern mit Syndrom dahinter. Okay, sehr gut. Sehr gut. Herzlich willkommen. Schön, wenn's dir hier gefällt. So, noch eine Partie? Nein. So... Boah, jetzt haben wir so'n Haufen Partien gewonnen. Boah, er auch noch. Ey, was ist denn los? Haben wir gegen ihn nicht schon... Ne... Uff, ey... Okay... Wir kommen hier gar nicht mehr weg. Im Plätz-Karten-Chaos. Oh, also... Let's go. Weiter. So... Jetzt haben wir eigentlich genug in die Richtung. Würde ich fast hier noch einen nehmen. Bei... Können auch alle nach rechts ballern. Gut. Du bist Yu-Gi von Yu-Gi-Oh! nur als Basti? Ach, bei dem ist das so? Yu-Gi-Oh! kenne ich mich gar nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Das ging komplett an mir vorbei. Ich habe so als Kind mal hin und wieder oder als Jugendlicher ein bisschen diese Zeichentrickserie gesehen, aber... Boah... Das hat mich nie so abgeholt. Ich fand den Hauptcharakter nicht cool, muss ich sagen. Zur selben Zeit kam Dragon Ball und ich fand Dragon Ball halt viel cooler, so was Animes angeht. War ich irgendwie... Yu-Gi-Oh! hat mich nicht so abgeholt. Ich habe das neue Bestien-Deck. Gonzo ist ein richtiger Yu-Gi-Oh! Fan. Ne, an mir ging's vorbei, muss ich echt leider sagen. Ja... Aber ist ja jedem seins, ne? Das... So... Wir ballern... Hm... Was ist schlau? Mal komplett offen... Ja, ne... Komm, wir ballern hierhin. So... Mal klar, dass der nach oben angreift. Okay... Ähm... Machen das so... Okay... ... Okay, der ist stark. Hm... Pass auf, wie rette ich das jetzt? Okay... 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 Yes... Yes... Shit... Er wird halt gewinnen... Verloren... Der war schon nice, der Bomber. Deck schreibt Staffel 1 bis 3 sind gut. Danach ging Yu-Gi-Oh! langsam bergab, finde ich. Okay... Das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ähm... Scheiße, ey. Der Bomber war eigentlich ganz geil. Na gut... Komm, damit... Damit können wir jetzt leben. Da muss ich nicht nochmal neu laden. Was macht das hier? Lindblum-Ausstellung. Anlässlich des 50. Jubiläums unserer Lindblum-Ausstellung... Darf der Gewinner ein Wandfresko in der Kirche malen. Oho... Salud! Jadestein. Geil! Hm, 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 hm... Bomber-Karten kannst du ja locker fahren, das stimmt. So... Also, nächste Kartenrunde, Leute. Ich glaube, der Typ hat krasse Karten. Hab ich irgendwie noch im Hinterstübchen. Bin mir aber nicht sicher. Naja, schauen wir mal. Nach links... Brauchen wir da noch was? Rechts oder rechts? Ja, ich nehme lieber ihn hier. So... Pass ob. Der ist halt nur zum Verteidigen gut. Mann, ey. Machen wir das so. Okay. Machen wir das so. Machen wir das so. Okay. Scheiße! Ah, Mist! So. Das läuft schon wieder alles schief hier. Mann! Ich hasse dieses Spiel! Okay, aber der hat auch keine besonderen Karten. Der nimmt uns hier den weg. Zombie-Karte. Ja, ist mir egal. Mal. Keine weitere Partie. Fuck, ey. Mann, ey! Machen uns grad lang. Nehmen uns unsere guten, mittelmäßigen Karten weg. Mit denen spiele ich am liebsten, weil es nicht so schlimm ist, sie zu verlieren. So, was ist hier noch? Ah! 127 Gil liegen einfach auf der Straße rum. Pfandsammler Glui ist wieder am Start. So. Moment, ich muss erstmal Tee nachschenken, Chat. So. Boah, dieses Kartenspielen, ey. Das ist der wahre Thrill. Ich sag's euch. So, was haben wir hier? Ihre Glücksfarbe, GmbH. Auch heute liefern wir ihnen ihre Glücksfarbe. Vereinsmitglied Nummer 28. Wo bleibt sie denn? Wo steckt diese Marisa nur bloß wieder? Ah, ich hab keine Lust mehr zu warten. Okay. Eskalation! Komplett, Olli. Oh, Loot. Oh, richtig rein Loot, ne? Sie sind also immer noch nicht zurück. Ohne sie ist es hier so unheimlich still. Wie konnte ich nur alle zurücklassen? Es ist schon so spät, was Lilly wohl jetzt macht. Active Time Event. Was kann ich tun? Der Klang dieser Glocke. Da ist wohl gerade eine Vorführung Theaterviertel zu Ende gegangen. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich will mir ein bisschen die Beine vertreten. Ich bin untröstlich, Prinzessin. Aber seine Exzellenz, der Großherzog, gab eigens die Anweisung, euch dies nicht zu gestatten. Da in Kürze das alljährliche Jagdfestival abgehalten wird, haben sich Besucher aus aller Herren Länder in Lindblum eingefunden. Und sicherlich befinden sich unter diesen auch einige Halunken und Diebe, die im Schutz der Massen ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen wollen. Außerdem weiß im Moment nur ein ausgewählter Personenkreis über eure Anwesenheit Bescheid, Prinzessin. Es dient nur zu eurer eigenen Sicherheit, Prinzessin. Also bitte, verlasst für eine Weile das Schloss nicht. Verstehe. Du Arsch. Olli schreibt, ich finde es aber schön, dass sie so viel Stuff um ein Kartenspiel herum gebaut haben. Richtiges Kampfsystem, ein Levelsystem, Skills und so weiter. Einfach nur um die Zeit zwischen den Kartenspielen zu versüßen. Ja. Ja. So ist es. Du bist so doof, Olli. So. Nein, ich kann hier nicht einfach so herumsitzen, so erreiche ich gar nichts. Ich bin nicht nach Lindblum gekommen, mich dann wie ein kleines Kind behüten zu lassen. Alles, was ich will, ist Mutter helfen. Michael Myers wollte auch nur seiner Mutter helfen. Da bist du ja. Hurra, er ist wieder da. Ja. Also dann, gib mal Berichte ab. Schließlich gehören wir auch zur Tantalus. Hä? Ja, Onkel Bark sagte nämlich. Klar, wenn ihr auch einen feinen Schatz findet, dann nehme ich euch hier in die Bande auf. Da sieh mal her. Rakadusflügel. Das ist aber echt ein feiner Schatz. Alle Achtung. Jetzt gehören wir zur Bande. Juhu. Und verlief der Einsatz nach Plan? Ja, mehr oder weniger. Prinzessin Garnes ist jedenfalls im Schloss. Tantalus versagt eben nie. Und schon was am Laufen mit der Prinzessin? Ja, genau. Hast du schon eine Verabredung mit ihr? Naja, irgendwie ist sie ziemlich beschäftigt. Und da sie keine Zeit für mich... Nein, sie fühlt sich sicher auch einsam ohne dich. Ja, bestimmt. Vielleicht gehst du sie mal besuchen. Ich drück dir beide Daumen. Ja, alles Gute. Die Knirpse, ey. Die zwei Kleinen haben recht. Außerdem würde ich gerne wissen, ob sie schon mit Sid gesprochen hat. Let's go. 68 Gille erhalten. Streuner schreibt, das war Jason. Verwechsel ich grad Jason und Michael Myers. Hä? Aber Michael Myers hatte doch auch so einen Mutterkomplex, oder? Ist das falsch im Kopf? Kann sein, dass das Jason war, Streuner. So, Mini-Burmekia. So, Mini-Burmekia. Okay. So, alles abgelootet hier. Noch ein Active-Time-Event. Bark und Co. Meyers war der, der seine Familie jagt? Stimmt. Ich glaub, du hast recht, Streuner. Kommt mir langsam auch wieder in den Kopf. Hatschi! Ah, wieder zum Leben erwacht, Zefix. Aber als der verwunschene Wald plötzlich verersteunert hat, dachte ich, das war's dann gewesen. Aber zum Glück haben wir den Trompel fortgefunden, Zefix. Dank Blank, der auf diesen kleinen Quellfuß gestoßen ist, bevor er sie da an die Karte gebracht hat und so. Was jetzt, Chef? Wir können Blank nicht einfach und so. Ich weiß schon. Erstmal sollen die anderen, die noch am Flussufer sind, von diesem Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen. Kinder, geh sie holen. Und was Blank betrifft, ist wohl besser, wenn wir die Versteinerung des Waldes nicht aufheben. Ist das dein Ernst und so? Damit wir uns richtig verstehen. Wenn es um die Rettung eines Kameraden geht, ist mir Schnurzpiep egal, wer es mit mir oder weiß der Nebel wem passiert. Dann... Ich will nur sagen, dass Blanks sich sicher keine Rettung wünschen, indem wir den ganzen verdammten Wald mit all seinen Drecksviechern wieder zum Leben erwecken. Auch wieder wahr und so. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen einen Weg finden, einzig und alleine Blanks Versteinerung aufzuheben. Noch ist es nicht zu spät. Auf jeden Fall sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht. Verstanden und so. Der geht erstmal looten. Sag mal, Kinder, was machst du da eigentlich? Mit dem Quellwasser kann ich sicher einen guten Kaffee kochen. Ich suche nur gerade noch meine Bohnen zusammen. Weißt du, was mit denen passiert, die nicht unverzüglich den Befehl des Chefs ausführen? Na, weiß nur das nicht. Ich hole gleich die anderen. So, GonGon schreibt, ich bin auch ein großer Dragon Ball Fan. Ich habe früher die starke Vermutung gehabt, dass Final Fantasy 7 und 9 von Dragon Ball inspiriert wurden. Damals wusste ich nicht, dass der Dragon Ball Autor tatsächlich viel mit Spieleentwicklung zu tun hatte. Ja, wer weiß, ne? So, Karten spielen, let's go! Na sowas, ich bin mir sicher, dass wir uns hier treffen wollten. Äh, Karten? Ich kann mit ihr... Ich kann mit ihr... Ich kann mit ihr keine Karten spielen, tatsächlich. Hä? Wo ich die richtige Taste drücke. Ne, geht nicht. Null. 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 Gedenkbühne zu Ehren Penelope Fugatz. Mit Ich, der kleine Chocobo, spielt sie sich in ihre Herzen. Mit Renmokri Ren 2 wird sie die Theatergruppe Salvika erneut in ihren Bann ziehen. Royal Bridges in der Rolle des Ubobo. Oh Mann, ist das lustig. So. Ausverkauft. Royal Bridges in Renmokri Ren 2. Keine Tickets mehr. Heute ist die letzte Vorstellung von Rauls Stück. Bitte nicht drängeln. Hey, wer bist du denn? Na dann sperrt mal die Lauscher auf. Ich bin Sidan, Mitglied der bekanntesten, berüchtigsten Räuberbande des ganzen Kontinents. Schon mal gehört von dem? Nö, nö. Wer soll das sein? Wir stehen uns nicht im Weg rum, klar? Das ist ja gut. Wir wollen endlich Raul sehen. Wo ist Raul? Wie lange willst du uns denn noch hinhalten? Ich bitte noch etwas um Geduld. Raul wird gleich hier sein. Oh, Raul. Hello, Fans. Ich will ein Kind von dir. Heirate mich. Raul. Thank you für eure Treue, meine teuren Fans. Ich werde eure Liebe nie vergessen. See you all again. Boah, ist das doof, ey. Autsch. Ich kann nichts sehen. Thank you, dass sie sich heute Rennmokri Renn 2 angesehen haben, Kupo. Verschwinde, du dicker fetter Mokri. Wir sind nur gekommen, um Raul zu sehen. Puh. Hey, du bist doch Raul. No, du hast mich nicht gesehen. Aua. Ah, ist das schön. Der kann einem ja richtig leid tun. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn einem die Mädels in Scharen hinterher laufen. Ja, sieh da an, du alter Frauenheld. Er ist einfach der Größte. Oh nein, ich konnte ihm doch meine Plätzchen noch nicht geben. Lull. Die Dragon Quest Reihe hat auch den gleichen Art Director wie Dragon Ball, meine ich auch. Auf jeden Fall. Das sieht man auch krass. Haben wir mit ihr nicht schon Karten gespielt? Lass mal spielen mit ihr. Das sieht man auch krass in der Optik, auf jeden Fall. Das sieht man. So. Mann, ey. Ist voll die guten Karten abgezogen, die Schweine. So. Den? Oder lieber den? Hm. Der ist scheiße zu platzieren. Der ist besser zu platzieren. Wir nehmen den. So. Und was noch? Der hier? Okay. Er schreibt auch bei Krono Trigger. Ja. Auch dort. Das ist korrekt. Das kann ich bestätigen. So. Moment. Wir versenken jetzt erstmal eine wichtige Karte. Jetzt pass auf. Platzieren die jetzt direkt mal hier. Ein Geniestreich. Let's go. Das ist ja alles. Das ist ja alles. So. Geil. Die Runde ist gewonnen, Leute. So. Kackgoblin. Alles das Werk von Akira Toriyama. Ja. Ja. Mag den Style auch total gerne. So. Kann ich jetzt mit dir Karten spielen? Ja. Hey. Halt mal lang. Was ist es Wu популяр vom Tanzi tam mit? Was ist das? Ich bin Müster vom Tanzi. ein Blatt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Wie gewonnen? So zerronnen, würde ich sagen Ähm, den packen wir Jetzt pass auf, wir müssen hier die Kante auf jeden Fall schützen Dir wäre es mir egal Da oben auch Wir packen den mal hier hin Oh, okay Aber gewonnen ist gewonnen Gut Ähm, was gibt's denn? Auch wieder alles Schrott hier Dex, vielen Dank fürs Zuschauen Ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag Bleib gesund, hab einen schönen Tag Und bis zum nächsten Mal, Dex Hat mich gefreut Eke schreibt Eke, wie soll ich denn dich nennen? Eke, Eke zockt Eke? Ist Eke? 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 Ich kapiere das Kartenspiel dann nicht Ich meine, ja die Grundregeln Aber, ähm Oft einer Karte vom Gegner verliert man direkt alles manchmal Ja, bei mir ist das auch eher so ein Gefühlsding Bei mir ist das jetzt auch nicht so komplett strategisch Muss ich zugeben Also ich kapiere das Also ich weiß im Prinzip Wie es funktioniert, ne? Dass der erste Wert als Also der Angriffswert ist Dass der zweite Wert sagt Ob er den ersten oder zweiten Verteidigungswert angreift Und der vierte und fünfte Der dritte und vierte Wert Sind dann Verteidigungswerte So So, wir gehen erstmal speichern Und dann gehen wir ins Schloss Lindblum Dann geht's gleich volle Lotte ins Jagdfest Oh ja, hab ich Bock Halt Ich bin zu dumm zum Laufen Echt, ich sag's euch So Ab ins Schloss Ab ins Jagdfest Jetzt gibt's mal wieder ein bisschen mehr Action Hier, kein Einkaufen Farmen Schmieden Kartenspielen mehr Jetzt wird geballert, Leute Geil Außer auf dem Weg Treff ich noch jemanden Der Karten spielen möchte Dann Muss ich da leider rein So Ab ins Schloss Lindblum Action Eskalation Eskalation Mann ey Ich spreche doch Gar nicht so Mann ey Wieder gemobbt Von Chad Aber schön Aber schön gemobbt So So Okay Herr Bahnhofsvorsteher Sir Schnell gucken Ob es hier noch was zu looten gibt Möchtest du Karten spielen? Nein Das ist ja das legendäre Frachtschiff Ich hätte mir ja nicht träumen lassen Dieses Prachtstück Jemals mit meinen eigenen Augen zu sehen Die Antriebe der modernen Luftschiffe Sind nach dem Vorbild Dieses wegweisenden Modells Gebaut worden Aber verglichen mit dieser Mutter aller Luftschiffe Ist alles was heutzutage Gebaut wird Noch ein fliegender Sarg Lull Gucken ob irgendwo noch Pfand rumliegt Kein Pfand Segen des Wassers Zum Jubiläum der 20 Jahre andauernden Regierungszeit von Sid dem 9. angefertigt von Maurizio Ein Platz fürs Medaillon gibt's wohl nicht Gut Ratz ratz Ist am Pennen hier? Okay Unbefugten ist der Zutritt hier verboten Der Gewürzgrad der Soße ist frei wählbar So Hey Mr. Steiner Sir Was liegt an Steiner? Kerl steckst da vielleicht wieder du dahinter Sag mir sofort wo die Prinzessin ist Jetzt mach erstmal halblang Ich bin doch gerade erst zur Tür rein Jedenfalls ist die Prinzessin nicht hier Und das obwohl ich sie gebeten hatte In diesem Zimmer zu bleiben Kein Grund auszurasten Sie macht wohl irgendwo draußen einen Spaziergang oder so Welch leichtsinnige Unvorsicht Schon auf der Reise nach Lindblum war die Prinzessin unzähligen Gefahren ausgesetzt Und dann auch noch ein Spaziergang in diese riesigen fremden Stadt Noch dazu alleine wenn ihr etwas zugestoßen sein sollte Aber mit dir kann man sich sowieso nicht vernünftig unterhalten Ich werde die Prinzessin also selbst suchen gehen Steiner ist so anstrengend So Ich muss da Mokris hören Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Lili, wo treibst du dich bloß rum? Da, da, da. Dieses Lied. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Die Stimme von Lili. Es kommt auf jeden Fall von oben. Domo schreibt, ich erinnere mich noch, bei meinem letzten Playthrough habe ich gar nicht in Stabora umgetauft. Hat das irgendeinen Grund, Stabora? Muss ich mit dem Aufzug nach oben? Versuchen wir es mal mit dem Aufzug. Hier könnte nur mit ausdrücklicher Erlaubnis seiner Exzellenz passieren. Schöner Mist, wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, komme ich an dem Typen da nicht vor oben und nicht vorbei. Wenn ich auch in Uniform ankommen würde, ließe er mich sicherlich einfach so durch. Ah, ich erinnere mich. So wie Deborah, nur mit Stab, wegen Dagger. Aha, habe verstanden, Domo. Habe verstanden. Hey, schnell, wach auf. Wer wie, was, wo? Da oben treiben sich ein paar verdächtige Kerle rum. Was, wo? Zeig mir wo. Klar, komm mit. Nicht dort, hier in dem Zimmer. Na warte, elendes Räuberpack. Hey, was soll das? So geil. So, liefern wir am Schnürchen. So, zeig mir eine coole Soldatenrüstung hier. Mit dieser Aufmachung kann ich den Aufzug benutzen. Oh, das ist wie irgendjemand verdächtigt. Toller Elite-Soldat. Ja, ja. Ja, ja. Da geht's nach oben. Kann ich eigentlich auch geradeaus durch? Aber ich glaube, ich muss nach oben. Hey, du da, was treibst du da? Jetzt erwische ich dich schon das dritte Mal beim Dösen. Uff, das wäre beinahe ins Auge gegangen. Okay, da komme ich nicht durch. Können sowieso nur hier lang. Was? Ein Mädchen? Ach, die meinst du? Die ist vorhin die Treppe rauf. Gibt's hier noch Loot? Meine Pfand. Pfand natürlich. Von ihm brauche ich nichts hier. Hm. 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 Oh, die Disney-Prinzessin. Ein wunderschönes Lied. Wie hast du es bis hier herauf geschafft? Hehe. Das war eine meiner leichtsten Übungen. Ja, richtig. Sich in ein Schloss einzuschleichen, das sollte für dich eine kleine Herausforderung sein. Nanu? Boah, ist das hoch. Sieh mal, wie klein die Stadt von hier oben wirkt. Hey, hier gibt's ja ein Fernrohr. Los, Lili. Da müssen wir durchgucken. Komm schon. Lug, Lug. Durch ein Pferderohr gucken in Sprache. Lug, Lug. So, Fernrohr verstellen. Südentor. Hey, ich kann das Südentor sehen. Ob die wohl schon mit den Reparaturen angefangen haben? Das Tor haben wir ja ziemlich schrottreif gemacht. Das ist wohl eine ganze Weile außer Betrieb. Die Abus-Berg-Kette. Hinter diesen Bergen liegt Alexandria. Ohne Zweifel suchen die nach uns. Hätte ich was Interessantes gesehen? Wald der Frage... Wald der drei Fragezeichen. Dort ist ja ein Chocobo. Ob es in diesem Wald wohl streudende Chocobos gibt? Tja, vielleicht finden wir das eines Tages heraus. Ich bin mir sicher, dass in diesem Morast irgendetwas haust. Wenn wir demnächst mal in der Nähe sein sollten, können wir mal einen kurzen Abstecher machen. Unbedingt. Liebe Morast. Der Fluss Chivelle. Ein Fluss, der direkt am Südentor vorbeifließt. Wenn man den Fluss entlang geht, dann kommt man wohl zum Südentor. Okay. Doppelt und dreifach. Hält besser. Hier. Da ist noch was. Burmekia wird von diesem Gebär umgeben. Um nach Burmekia zu gelangen, muss man wohl diese Höhle am Bergfuß durchqueren. Lass mich doch auch mal durchsehen. Klar, geht Morbolts füttern. Und was sagst du zu der Aussicht? Falle ich allen zur Last? Onkel Sid wusste alles. Und er hat Tantalus mit meiner Entführung beauftragt. Egal wie sehr ich mich auch anstrenge, alle anderen sind mir immer einen Schritt voraus. Immer. Was hast du, Lilly? Sidan. Warum hast du mich eigentlich bis nach Lindblum begleitet? Hat es dir dein Chef vielleicht befohlen? Nein, hat er nicht, Lilly, weil ich dir helfen wollte, verstehst du? Niemand hat mir irgendwas aufgetragen. Im Gegenteil, der Chef war sogar noch dagegen, weswegen ich aus Tantalus ausgetreten bin. Was? Entschuldige, das wusste ich nicht. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Außerdem ist es ja nicht das erste Mal. Sidan. Hm? Hast du etwas gesagt? Aber wie wolltet ihr mich eigentlich entführen? Wir wollten dich mit Schlafkraut betäuben, weißt du? Das ist zwar eigentlich für Kinder, aber in hoher Dosis verabreicht schläft auch jeder Erwachsene in einem halben Tag. Aber da ich freiwillig mitkam, war es ja nicht nötig, mir das Kraut zu verabreichen. Würdest du dir etwas ausmachen, mir etwas von diesem Schlafkraut abzugeben? Ich schlafe dieser Tage nicht so gut. Ist aber nicht empfehlenswert, auf Medizin zu vertrauen. Wenn du willst, könnte ich dich ja nachts in den Schlaf wiegen. Lull, der Junge, ey. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Ja, ich meinte doch bloß, äh, eigentlich wollte ich sagen... Ach, passt schon, sag mal, dieses Lied da gerade, das hast du doch in Dali auch schon gesungen, oder? Hm, ja. Habe dich, ich habe dich damals geweckt, nicht wahr? Ich mag das Lied, wie heißt es eigentlich? Ich weiß selber nicht genau, wo ich es her habe, auch nicht wie es heißt. Melodies of Life, heißt es, junge Frau. Ist sie da ein richtiger Playboy? Voll, Wendelberger. Voll. Aber immer wenn ich traurig bin, dann singe ich es, dann fühle ich mich gleich besser. Ich fühle mich dann nicht mehr so alleine, fühle mich irgendwie stark. Schon ein eigenartiges Lied. Singst du es noch einmal für mich? Spoiler, weil es Melodies of Life heißt? Ist doch kein Spoiler. So. Hm. Wirklich eine vortreffliche Rüstung. Und dazu noch in meiner Größe. Schneider ist so doof. Soll ich oder soll ich nicht? Hach, ich bin immer so unentschlossen beim Einkaufen. Man kann nie wissen, wann Branu uns angreift. Da sollte man schon für den Ernstfall gerüstet sein. Unerhört, die Königin würde niemals einen Krieg anfangen. Du weißt nicht, was du da redest, aber du irrst dich in ihrer Majestät. Wer bist du, dass du das so genau wissen willst? Ich... Ich bin nur ein Rüstungssammler auf der Durchreise. So ist das. Da du ja Ahnung zu haben scheinst, welche Rüstung würdest du mir denn empfehlen? Ich bitte mich zu entschuldigen. Aha. Chat ärgert mich also mal wieder. Aha. Marschiert, Pluto-Soldaten. Was sind denn das für Figuren? Die habe ich noch nie gesehen. Die hast du wohl irgendwo auf der Straße gefunden. Ha. Diese albernen Witzfiguren haben keine Chance gegen Sitz-Luftschiffflotte. Mit Luftschiffen ist unfair. Ich spiele nie wieder mit dir, Poncho. Hey, war doch nicht so gemeint. Königliche Miniaturen? Dieser Schwarzmagier waren wie diese leblosen Miniaturen. Der Himmel scheint zu leuchten. Ist das ein Vorzeichen für etwas? Ich bin Freya. Ich muss episch über die Dächer springen. So, Fredlay. Du kannst es bestimmt ebenfalls spüren. Aber wo bist du nur, Geliebter? Ich sagte dir doch, dass ich dich brauche. Und hier schreibt, ich habe ewig gebraucht, bis ich kapiert habe, dass Freya ein Dragoon ist. Ja. Oder ein Dragoonier. Gut. Diesmal geht nichts schief, Zierp. Nein, da ist wieder etwas schief gegangen. Unmöglich, Zierp. Ist hoffnungslos. Mehr als 10 Minuten läuft der Antrieb nicht. Warum nur? Ich bin nicht nur mit dem Körper einer Jucht, Zierpe, sondern auch mit deren Verstand gestraft, Zierp. Oh, der feine Herr Drakonier. Ist halt Deutsch für Dragoon. So. Du, Lili. Wann machen wir denn mal einen Rundflug oder so? Äh, wie meinst du das? Äh, was? Ach so. Den Spruch habe ich doch bei der einen in der Bar schon. Na, dann hat das mit mir ja anscheinend nicht viel zu tun. Lul, ey, du Dummkopf, Zitan. Jetzt sei doch nicht gleich so eingeschnappt. Pah, warum sollte ich eingeschnappt sein? Ist doch in Ordnung, wenn der Herr sich mit irgendwelchen Mädchen in der Bar amüsiert. Ach, das hat gesessen. Wie auch immer, wenn ich das Jagdfestival gewonnen habe, dann gehst du mit mir aus, okay? Warum sollte ich das tun? Na los, gib dir einen Ruck. Äh, gut. Fein, dann ist es also abgemacht, Lili. Danke. Egal, wie traditionell dieses Festival auch sein mag, ein bisschen zu martialisch finde ich es schon. Vor allem dieses Riesenviech hat ja schon einige Teilnehmer auf dem Gewissen. Aber das ist doch gerade der Reiz daran, ist eben nur was für echte Männer. Ja, mein Gott schreibt, so ein Idiot. Ja, das war jetzt, war schlecht gelöst von Zitan. Das ist die letzte Fuhre für das Einkaufsviertel. Damit wären dann alle Vorbereitungen abgeschlossen. Gut, dann warten wir also nur noch auf das Zeichen von oben. Ich habe ver... Lull, sind die frei? Es scheint so, als wären die Isekrieme unplanmäßig früh losgelassen worden. Was soll das? Minister Roberta hat doch noch nicht den Befehl gegeben. Ich glaube, in wenigen Minuten lassen sie auch diesen Riesen frei. Gut, bevor der hier vorbeikommt, lassen wir unseren Mousse los. Schnell! Mousse, Mousse, Apfel, Mousse. Mag das auch, Ali. Alles bereit zum Freilassen. Das macht es sehr lebendig. So, warte auf mein Zeichen. Dieses Biest dieses Jahr ist ein unglaublicher Brocken. Er macht sie alle fertig. Willst du raus, mein Kleiner? Nein, hört auf damit. Es ist noch zu früh, ihn rauszulassen. Ich kann ihn nicht mehr beruhigen. Der hat seinen eigenen Willen. Geflucht! Macht sofort das Tor auf. Der reißt uns hier noch die Mauern ein. Hob dich aus, mein kleiner Zagna. Zidane kommt ganz schön spät. Ein bisschen Abwechslung tut manchmal ganz gut. Ja. Ob Zidane wohl besser geworden ist? Tut mir leid, Leute. Hatte noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Gut, jetzt wo wir vollzählig sind, erlaubt mir die Regeln zu erklären. Jagdfestival. Die Stadt wird zu deinem Jagdrevier. Und deine Beute sind umherstreuende Monster. Je fetter deine Beute, desto mehr Punkte gibt es auch. Sammel so viele Punkte, wie du kannst. Und weit man's heil. Das Zeitlimit beträgt 12 Minuten. Innerhalb dieser Zeit dürft ihr jederzeit die Lufttaxen benutzen. Wer einen Kampf verliert, scheidet aus. Dem Gewinner winkt ein Preis seiner Wahl und der Rang des Jägers. Wirst du der neue Meisterschützer? Wisst ihr schon, was euer Preis eurer Wahl sein soll? Nur wahres ist wahres. Daher ein dicker Batzen Gill. Ich entscheide mich für Accessoires. Und ihr, Vivi? Was? Ich mache auch mit? Na klar, ich dachte mir, das ist genau das Richtige für dich und hab dich eingetragen. Deiner Schwarzmagie ist dir der Sieg doch schon so gut wie sicher. Aber... Wieder mal typisch für dich, mein Bester. Ach ja? Wenn du gewinnst, Vivi, dann arrangiere ich eine Verabredung mit Lilly für dich. Eine Verabredung mit der Prinzessin? Psst, nicht so laut. Was? Wie? Habe ich da nicht gerade was von Prinzessin und Verabredung gehört? Boah, das ist so doof, ey. Was führst du da wieder im Schilde, Kerl? Nichts, absolut rein gar nichts. Stimmt doch, oder Vivi? Äh, stimmt genau. Nun, wie sieht das aus? Na gut, als Preis nehme ich Karten. Wunderbar, gell? Accessoires und Karten also. Nur noch wenige Minuten bis zum Start. Begebt euch bitte an eure Startpositionen. Sie dann ins Theaterviertel, Freya ins Industriegebiet und Vivi ins Einkaufsviertel. Okay. So, ich speichere mal eben. Ausgerüstet sind wir ja. Dann geht's gleich los, Leute. Wird gleich richtig, richtig geballert. So. Kurz ins Mocknet schauen. Ich hätte so gerne einen Brief. Ja. So. Okay, bevor wir starten, mache ich nochmal eine kurze Pinkelpause. Das heißt, kurze Pause noch und danach geht's direkt rein ins Jagdfestival. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, also wir werden versuchen zu gewinnen, aber wir werden es nicht auf Krampf versuchen, also wir werden nicht neu laden oder so, ich würde sagen, let's go Leute Lufttaxe ins Theater, Viertel fährt ab! Ihr wart doch noch auf mich Ich mag den Sound so, den Soundtrack vom Jagdfestival lieb ich richtig Euch auf solch einen billigen Stehplatz mit dem ganzen Pöbel zu verweisen, das ist schon ein dreistes Stück, also wirklich Aber seht nur diese Aussicht Siegen, wenn ihr ständig davonlauft, euer Gegner ist ein Monster, da ist Angriff die beste Verteidigung Und außerdem dürft ihr auf keinen Fall gegen Zidane verlieren, hört ihr? Ja, das ist es, jetzt aber ran an den Feind So, schlagt doch endlich zu, Vivi hinter euch Gebt alles Meister, Vivi Let's go Leute Es wird geballert So Erstmal den Mu, komm schon So, auf die Mütze Oh, das ist Beeilung Danke, Gamer Girl Bam, Junge, weg mit dir 378 Schaden Hehe Ich werde jetzt hier keine Karten spielen Halt Fuck Den Vogel hätte ich auch kämpfen können Okay, komm schon Vogel, komm schon Der Vogel wird nicht viel Punkte geben, ne Ich finde die Gläven sind halt auch richtig coole Waffen bei Zidane Ich auch geil So, 10 Punkte hat der gegeben Das ist hier unten Phase Komm schon, bring schon her den Wolf, komm Komm, komm, komm Komm jetzt Bam, Junge 602, ey Was wir für einen krassen Schaden schon machen So, ab nach oben So, können wir den Vogel oben uns auch noch schnell schnappen Vivi ist in Führung mit 55 Punkten Fuck Da-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam So, hier gibt es nichts mehr. Dann let's go. So, wir gehen ins Industriegebiet. Freie Einführung mit 69 Punkten. Daddel 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 da. Erstmal den Wolf hier killen, der es Kätzchen jagt. Geht ja gar nicht. Freie. Wie lange sie das gebalanced haben müssen. Zeit bemessen, Gegnerstärke anpassen, den großen Kampf so bemessen, dass er zeitlich passt. Nicht zu leicht wird, aber auch nicht zu schwer. Das sind für mich immer so die gefühlten Herausforderungen. Auf jeden Fall, Olli. Sowas macht halt komplett aus, ob ein Spiel gut ist oder nicht. Daddel daddel daddel. So, den Moo haben wir auch. Oben ist noch ein Vogel. Da ist noch ein Moo. Let's go. Sam jumpt einfach mal im Hintergrund. So, okay. Rückwärtsgang. Hier war noch ein Vogel, aber den lassen wir sein. Den lassen wir. Gehen lieber ins Theaterviertel jetzt. Auf Verdacht. Nicht ins Theaterviertel, ins Einkaufsviertel müssen wir jetzt. Wie, wie, 91 Punkte. Niemals. Halt. Kommt der wieder? Der Vogel hat das Viech mitgenommen. Stimmt ihm nicht. Jetzt aber. Ich glaube, es gab noch einen Gegner, wenn man in den Gasthof hätte gehen wollen. Aber jetzt auch egal. Ja, spielt tatsächlich keine Rolle. Ich glaube, wir sind ganz gut. Ich glaube, wir sind ganz gut im Rennen. Eine One-Shots geben dir einen dicken Zeitvorteil. Weil das müsste locker reichen, wenn du den Trigger schaffst. Das glaube ich auch. Wieso habe ich eigentlich so wenig HP? Fuck ey, ich habe vorher nicht geheilt, ne? Oh, das könnte noch zum Problem werden. Ich heile mal eben schnell. 111 Punkte. 111 Punkte. Freya hat 125. So, den machen wir noch. So, den machen wir noch. Pumpking and schreibt cool. Ich habe gestern im selben Teil meiner Sendung angehalten. Grüße aus Brasilien. Thank you, Pumpking and feel welcome here. Greetings back to Brazil. Haut das jetzt hin hier? Zeitlich? Ja, es haut hin. So. Hilfe, Zidane, rette uns. Hey, komm, gefelgst hierher. Ich bin dein Gegner. Was für ein Brock. Zidane, ich stehe dir bei. Lass mich den Todesstoß versetzen. Es geht für mich um eine Farbredung. Du bist schon ein hoffnungsloser Fall. Pumpking ist total doof. Es muss heißen Pumpkin Gent. Pumpkin Gent. Ich habe es nicht richtig genannt. Ich habe es nicht richtig genannt. Kann ich dem eigentlich was Gutes stehlen? Stehlen? Habe ich noch Zeit zum Stehlen? Mit Rielfäustling. Geil. Erstmal springen. Spring Freier. Blitz. Oh, er wickst jetzt ins Maul. Okay, war nicht so heftig. Äh, Pumpkin Gent. You can talk in English if you want. We, most people in chat are talking English too. Or speaking English too. Komm, noch mal klauen. Wir haben noch Zeit. Schön laut. So, du gibst meine Potion an, Zidane. Mistgabel geklaut. Nice. Hat er noch was? Das ist die Frage, ne? Ich würde sagen, wir springen mit ihr noch mal. Klauen noch mal. Ein Habe nichts, alles klar. Jetzt kann es natürlich sein, dass Freier gewinnt, weil sie den Todesstoß versetzt, ne? Da, 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 da. Hat sie aber nicht. Nice. In Führung, da, 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 Hinten gibt es bestimmt noch was. Easy. So richtig rein dominiert. Ja für was haben wir denn gegrindet Leute? Haben schon Vögelchen. Dich nehmen wir auch noch mit. So das müsste dann der letzte sein. Danke Streuner. Aber wir haben halt auch noch gegrindet. Wir haben die beste Ausrüstung. Also wenn man da die Timings nicht einigermaßen verkackt. Dann ist das eigentlich safe. So. Boah hier ist noch ein Vogel. Okay. Deine One-Shots waren auf alle. Waren auf alle. Oh. Den hätte ich mir noch holen können. Und Schluss. Die Zeit ist um. Der Sieger ist Zidane. Gewonnen mit 249 Punkten. One-Shots waren es auf alle Fälle. Jeder Kampf mit einem Schlag rum ist ein Wundermittel. Auf jeden Fall. Beeindruckend. Wirklich beeindruckend Zierp. 249 Punkte und somit der Sieg. Hiermit überreiche ich dem diesjährigen Sieger den Preis seiner Waren und erhebe ihn in den Rang eines Jägers. Danke Gamer Girl. Tausend Gil und Meisterschützer erhalten den Titel. Wahnsinn Zidane. Du warst aber auch nicht schlecht. Großherzog Zid. Bitte entschuldigt mein dreistes Auftauchen, aber... Ich bringe eine Nachricht vom König von Burmekia. Eine Nachricht vom König von Burmekia? Eure Exzellenz, aber eure Erscheinung. Sieh doch mal genau hin. Der Mann ist blind. Die Augen durch Magie verbrannt Zierp. Wie lautet also die Nachricht Zierp? Wir wurden von Unbekannten angegriffen. Der Krieg läuft schlecht. Wir bitten um Unterstützung. Der Feind sind zipfelmützige Teufel. Das Königreich Burmekia ist ein geschätzter Bundenispartner Lindblums. Ich werde sofort meine Flotte losschicken Zierp. Seid gepriesen, Großherzog. Der König wird sehr erfreut sein, dies zu hören. Ich muss unverzüglich... Diese Nachricht nach Burmekia... Schnell... Schnell, Zierp, bringt diesen Mann sofort zu einem Arzt. Dafür ist es bereits zu spät. Die Wunde ist zu tief. Es ist überhaupt ein Wunder, dass er es bis hierher geschafft hat. Burmekia. Was habt ihr jetzt vor? Wegen des Jagdfestivals befinden sich... Die Ereignisse überschlagen sich. Guckt mal, wer da reingeradet kommt. Zenzel Mann, wunderbarer Waschbärmann. Vielen Dank für deinen Raid. 31 Leuten, ey. Das ist viel zu viel für mich, kleinen Plepp. Dankeschön. Herzlich willkommen, Leute. Hallo, Sabriel. Hallo, Kai. Hallo, Smexi. Hallo, Amaltea. Und hallo, Zenzel. Hallo, Leute. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream bei Zenzel. My Time at Portia gab es, ne? Habe ich gesehen. So. Ei, 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 Leute. Herzlich willkommen. Ihr kommt hier gerade rechtzeitig, während sich hier die Ereignisse überschlagen. Es ist dramatisch. Aber ich habe gerade das Jagdfestival gewonnen. Den Titel Meisterschütze sowie 5000 Gil bekommen. Zenzel schreibt, yes, Sir. Gut gesehen. Schön. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Aber wenn man Zenzel guckt, ist es eigentlich garantiert, dass man einen schönen Stream hat. Deswegen ist da nicht viel Hoffnung notwendig. Genau, ihr habt verpasst, dass ich das Jagdfestival dominiert habe. So ist es, ja. Okay, gut. Wegen des Jagdfestivals befinden sich nur wenige Soldaten im Schloss. Nicht genug, um die ganze Flotte zu bemannen. Dann ruf die Schiffe, die die Grenze patrouillieren, zurück, Zierp. Und somit Alexandre aus den Augen lassen? Ja, wir können Burmekia nun mal nicht im Stich lassen. Zipfelmützen? Also wahrscheinlich Schwarzmagier, so wie Vivi. Aber Mutter hat Burmekia angegriffen? Ich bitte mich zu entschuldigen, aber ich kann nicht warten, bis die Luftschifflotte eintrifft. Nimm mich mit, Freya. Danke, mein Bester, aber das ist nicht dein Krieg. Pumpkin Gent. Vielen Dank. Danke für Ihr Follower. Und wieder Grüße zu Brasilien. Danke. Danke. Und Zenzel ballert auch noch einen Sub raus, Mann. Zenzel, du sollst doch kein Geld für mich ausgeben. Es ist doch schon mehr als genug, so einen großen Raid von dir zu bekommen. Danke, Mann. Und Kai, viel Spaß mit den Emotes. M-m-m. So. Was... Hehehehe. Thank you. Nicht, Zenzel. Nicht übertreiben, Mann. Amalthea, viel Spaß mit dem Sub und Zenzel. Danke. Jetzt ist aber gut. Jetzt ist aber gut. Reicht jetzt dann auch. Dieser Geber, ey, Leute. Wenn ihr mal einen Lehrgang im Geben haben wollt, dann sprecht mit Zenzel. Setz dich auf den stillen Stuhl. So. So, zurück in die Story. Was redest du da für ein Blödsinn? Immerhin wurde die Heimat eines Freundes angegriffen. Ob's dir passt oder nicht, ich komme mit. Danke, Zidane. Ich komme auch mit. Ich möchte sie mit eigenen Augen sehen. Verstehe. Lass uns sofort aufbrechen. Prinzessin, das ist viel zu gefährlich. Hauptmann Steiner hat recht. Außerdem wissen wir nichts über unseren Gegner. Zirp. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es Schwarzmagier sind. Du verstehst mich doch, Zidane. M-m. Ich muss sofort zur Mutter und sie dazu bringen, die Invasion abzubrechen. M-m. Kann dich nicht mitnehmen. Nicht, wenn ich weiß, dass es gefährlich wird. Zidane? Bitte bleib hier in Lindblum. Was soll das heißen? Ich weiß auch, dass es gefährlich ist, aber... Nichts aber, Lily. Da tobt ein Krieg. Da sterben Menschen, hörst du? Ja, aber... Lily, was hast du gefühlt, als dieser Soldat gerade vor unseren Augen starb? M-m. Er tat mir so leid. Ja, du warst traurig. Und das ist verdammt nochmal richtig. Aber realisierst du überhaupt, dass dir das Gleiche passieren könnte? Du bist einfach noch nicht so weit, um deine Mutter bekehren zu können. Aber... Nun reicht es aber, ihr beiden. Das ist jetzt nicht die Zeit für Wortgefechte. Zirp. Seine Exzellenz hat recht, wir müssen unverzüglich nach Burmekia. Öffnet ihr das Erddrachentor für uns? Ja, es ist der einzige Weg, wenn ihr zu Fuß gehen wollt. Zirp. Doch bevor wir das Tor öffnen und ihr aufbricht, lasst uns alle noch ein stärkendes Mal genießen. Zirp. Wir sterben Non-Subs? Was? Kann es nicht mehr allzu viele bei mir geben. So. Das sieht köstlich aus, lauter gute Sachen. Dieser besondere Schmaus wird immer nach dem Festival serviert, seit über 500 Jahren schon. Am besten isst man ihn mit den Händen, lasst die Etikette, Etikette sein, haut rein. Zirp. Na dann wollen wir mal, bevor das gute Essen noch kalt wird. Schmeckt super. Schmeck sie. Vielen Dank fürs Erinnern. So edles Futter gibt es nicht alle Tage, also rein damit, denn solange das Tor geöffnet wird, haben wir eh nichts Besseres zu tun. Zänzlich speicher bei nächster Gelegenheit. Da hast du recht. Vom allerfeinsten der Braten. So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ihr esst ja gar nicht. Äh, aber doch, natürlich. Überaus schmackhaft. Hahaha. Ihr sagt, es ist eine seltene Gaumenfreude. Für wahr. Der redet schon fast so wie Olli. Geht das heute? Ja, heute kann ich speichern, Zänsel. Für so ein Spiel wie das hier ist das Speichern ganz gut. Gestern hat er einfach bei einem Online-Game nicht gespeichert. Mehrfach. Der Mann ist verrückt, sag ich euch. Komplett, ey. Ich bin so voll. Ich werde ja ganz schläfrig. Oh nein. Wir wurden vergiftet. Nein, auch mich hat es erwischt. Verzeiht, Prinzessin. Ich hätte vorkosten sollen, dann wäret ihr... Hört auf, euch etwas einzubilden, Steiner. In eure Passion habe ich keines getan. Na nun? Jetzt, wo ihr es sagt, sind die stechenden Schmerzen wie verflogen. Ey, Steiner ist halt so ein Trottel. Moment mal, was habt ihr da eben gesagt? Prinzessin, habt ihr etwa... Ist kein Gift, nur Schlafkraut, das ich von Zidane habe. Ich hatte zwar nicht vor, es zu diesem Zweck einzusetzen, aber... Sitzt ihr schon aufrecht, Franzi? So. Steiner, ich möchte tun, was in meinen Kräften steht. Ich will nicht, dass andere Leute für mich entscheiden. Aber das tun doch alle nur, weil sie euer Bestes wollen. Ich weiß. Das glaube ich aber nicht. Ich kenne die Grauen des Krieges selbst nur zu gut. Auch wenn ihr es mir befehlt, ich muss protestieren. Wenn hinter dem Angriff auf Bormekia wirklich Alexandria steckt, dann kann das schnell zu einem Krieg werden, in dem alle drei Großreiche des Kontinents des Nebels verwickelt sind. Viele Menschen müssen dann sterben, und was aus Mutter wird, ich weiß es nicht. Aber ich bin die Prinzessin von Alexandria. Es muss etwas geben, das ich gegen all das unternehmen kann. Außer Mutter habe ich sonst niemanden mehr. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Ich kann verstehen, wie euch zumute sein muss. Ich komme mit und stehe euch bei. Danke, Steiner. Gut, dann sollten wir Lindblum verlassen, bevor alle wieder zu sich kommen. Let's go. Lara hat auch Schlafkraut bekommen. Ja, ne, so ein ordentliches Schlafkraut. Das zieht schon. Ja, lass es mal wirken, Lara. Vielleicht wird's ja dann ein bisschen besser mit ein bisschen ordentlich Schlafkraut. Schlafkraut, Zidane. Kopfumhaukraut. Wo sieht's aus, Zänsel? Es tut mir leid, Zidane. Schnell, beeilt euch. Und weg. Lilly, wo gehst du nur hin? Scheint eine Art Schlafmittel gewesen zu sein. Das Schlafkraut? Da hat sie uns aber kräftig eins ausgewischt. Zirp. Lilly sagte, sie schlafe nicht so gut in letzter Zeit. Da habe ich ihr etwas davon gegeben. Ich hielt sie für ein behütetes, verhätscheltes Mädchen. Aber da habe ich mich wohl gründlich getäuscht. Was hat sie sich nur dabei gedacht? Sie ist doch nicht etwa vor uns nach Burmekia los. Hm, wenn sie das aber ist, so könnt ihr sie zumindest noch einholen. Zirp. Vivi, hoch mit dir. Wir brechen sofort noch Burmekia auf. Wir gehen durch Gisamaluk's Grotte. Gleich hinter ihr liegt Burmekia. Dann fahrt mit dem Aufzug ins Erdgeschoss und verlasst das Schloss durch das Erddrachentor, Zirp. Let's go. Erstmal Truppe ausrüsten. So, Vivi, let's go. Zauberstock? Ist der noch? Okay, der ist noch up to date. Abwehr wird größer, Stärke wird größer. Lernen kann er mit allem nichts. Ich würde ihm Xutus-Hut geben. Mehr Abwehr ist gut. Mehr Abwehr ist gut, oder? Ja, wobei, der Bille sinkt. Hm. 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 Zauber Abwehr ist besser, Stärke wird besser. Bille sinkt. Eigentlich ist die Zipfelmütze am besten für ihn. Lederarmreif. Was haben wir hier? Kristallarmreif. Der rockt. Seidenhemd. Oh, Bronzeharnisch. Hm. Und der wäre wahrscheinlich auch was für... Hm. Okay, das Baumwollkleid wäre richtig stark für ihn. Aber da lernt er nichts. Er bekommt den Bronzeharnisch. Für Götterspeise. Was haben wir hier? Kristallschild. Gift und Galle kann er da lernen. Hau den Lukas. Und dann kriegt er das Kristallschild. Dann Zidane rüsten wir nochmal um. Er kriegt erstmal noch das Aurora, um Augen auf zu lernen. Ist zwar ein bisschen schwächer, aber Augen auf wollen wir lernen. Beim Halstuch, das passt schon. Seidenhemd, Lederpanzer. Okay. Das passt alles soweit. Zid hat sich ganz schön verändert bis Final Fantasy XIV. Naja, die Teile hängen ja nicht unbedingt zusammen, Franzi. Zenzel, geht sich was zu essen machen? Guten Appetit, Zenzel. Ich hoffe, es gibt was Leckeres. Da-dam. So, bei ihr. Jagdspeer. Okay, passt. Drachentöter. Latexhelm. Gutes. Uh, geil. Okay. Kriegt erstmal den. Da lernt sie zwei Abilities. Da würde sie auch zwei lernen. Wir nehmen jetzt erst die stärkeren. Ja, wenn man zwei Abilities lernt, besser ist das. Zauberkürers. Okay. Und Wüstenstiefel. Gut, da lernt sie nichts, aber die sind stark. Wobei sie dann den Wüstenstiefel. Geld und Leben. Geld und Leben. Ah, okay. Verstehe. Alles klar. Passt. Okay, dann Abilities bei Freya. Äh, Pestizid. Warum nicht? Drachentöter ist nice. Drachentöter ist nice. Kannibale. Rein damit. Äh, Level Up auf jeden Fall. Es werde Licht, damit sie nicht blind wird. Was haben wir da noch? Bodyguard. Auf den können wir erstmal noch verzichten, denke ich. Da, da, dann Abilities bei Vivi. Auch den Lukas. Gift und Galle. Götterspeise. Haben wir noch einen, das war's. Sehr gut. Uh, Ausrüstung des Todes. Geil. Kann ich da rein? Hier könnt ihr nur mit ausdrücklicher Erlaubnis seiner Exzellenz passieren. Okay. Ja, dann würde ich sagen, let's go, Leute. Auf nach Burmekia. Ah. Auf in den Krieg. Ähm, wir wollen ins Erdgeschoss. In der Stadt haben wir nichts mehr zu tun. Ausrüstung haben wir geschmiedet, gekauft. Wir haben Karten gespielt. Wir können runter ins Erdgeschoss. Da, da, da. So. Wir können einmal in diese Richtung fahren. Bis zum Wasserdrachentor. Ja, machen wir mal. Nur zum Glotzen. Wir müssen zwar zum Erddrachentor, aber angucken kann man's ja mal. Ja, wer weiß. Vielleicht verbirgt sich ja hier eine Truhe. Machst du Pfandkarte. Geil. Sir. Wenn du hier weiter gehst, kommst du zum Hafen. Aber seit der Nebel aufgetaucht ist, steht der Verkehr still. Der Nebel ist schlecht für die Gesundheit. Es wäre also besser, wenn du hier bleibst. Ja, Lul. Der Hafen war früher sehr belebt und ein beliebter Umschlagplatz. Aber die Zeiten sind vorbei. Einerseits liegt das an diesem Nebel, andererseits auch an dem Boom der Luftschiffe. Gibt's hier was zu finden? Sieht auf jeden Fall schön aus. Ah, dieser Nebel. Ich will wieder ins Schloss. Warum muss ich hier überhaupt Wache schieben? Den Hafen benutzt doch eh kein Mensch mehr. Da, da. Okay, nö, hier gibt's gar nichts zu finden. Okay. Dann ab zum Erddrachentor. Ein Mokri. Erstmal Moknett. Ein Brief von Stilzkin. Toll. Kennst du Stilzkin? Lass uns den Brief lesen, Kuppo. Von Stilzkin an Monte. Von Lindbum aus bin ich erstmal nach Norden und durchquerte Gisamaluks Grotte. Unterhalb des Nebels. Zum ersten Mal setzte ich also Fuß in das Königreich Burmekia. Und es stimmt, was alle sagen. Es regnet hier ununterbrochen. Als erstes suche ich mir irgendwo einen Unterschlupf. Wendelberg. Ich werde speichern. Ich muss sowieso, muss ich jetzt zweimal speichern? Ich muss zweimal speichern. Zenzel hat es nämlich auch rausgeballert. Er ist also nach Burmekia gegangen, Kuppo. Ist das denn nicht gefährlich, Kuppo? Speichern. Einmal für Wendelberg speichern. Speicher einfach doppelt so stark. Genau. So. Okay. Und dann speichern wir nochmal hier extra für Zenzel. So. Gut. Wie geht's in unserer Truppe? Gut. Wir sind alle fresh. Und habt ihr auch alles, was ihr braucht, um da draußen in den Nebel zu gehen? Der Nebel hier ist lebensgefährlich. Rüstet euch besser gut aus mit meinen Waren. Geil. Freier in der zweiten Reihe. Ich guck gleich mal, Olli. So. Potions haben wir. Phönixfedern. Echokraut. Goldnadeln. Ich würd mal zwei, drei holen. Antidot haben wir. Augentropfen haben wir. Zelte haben wir drei. Jawohl, Anni. Setz mich schon aufrecht hin. So. Zelte. Komm, wir kaufen mal zwei. Zu geizig sein. Ein paar Zelte übrig haben. So. Wir werden jetzt nämlich wieder einigermaßen viel uns umsehen, grinden. Wir werden nicht auf direktem Weg nach Burmekia gehen. Wir werden zum einen grinden, um zu leveln, Abilities zu lernen. Und zum anderen finden wir auf dem Weg noch zwei interessante Orte, die wir uns dann anschauen. Wenn ihr nach Burmekia wollt, dann durchquert Gisamolux Grottet, liegt nördlich zwischen den Bergen. Hier und da wuchern Wurzeln aus dem Erdboden hervor. Folgt denen einfach, dann könnt ihr sie gar nicht verfehlen. Goldnadeln, davon hatte ich immer etliche im Gepäck, weil Stein gar nichts gut und ich paranoid. Auf jeden Fall, Olli. So. Wir schauen uns erst mal komplett in Ruhe um. Dam, 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 dam. Was gibt's denn hier? Ach, und ich wollte noch schauen wegen Freier in der zweiten Reihe. Eigentlich ist sie schon gut in der zweiten Reihe. Wird halt wesentlich mehr Schaden machen vorne, ne? Dam, 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 dam. Angriffsvorteil? Ja, ballern wir einfach so drauf. Freier in die erste Reihe. Hm. Ich würde sie in die erste Reihe machen, tatsächlich. Habe ich sie aus Versehen in die zweite Reihe geschickt? Weil zum einen hält sie einiges aus, zum anderen macht sie gut Schaden. Dann kann sie also gut in der ersten Reihe stehen. Steine hebt sich ja nicht auf und versteinerte Chars bekommen auch keine XP oder AP ätzend. Ja, oh, das ist auf jeden Fall ätzend in dem Game. Jeden Fall. So, wir nehmen sie in die vordere Reihe. Halt nicht Karten. Position. Nach vorne. Da, di, da, dam. Was gibt es hier hinten? Sie war Default in der zweiten Reihe. Vermutlich als Vorteil für den Spieler im Jagdfestival. Das kann sein, Olli. Oh, die vergiften. Das weiß ich. Das sind vergiftende Giftmeister. Dam, da, dam. Oh, und die halten auch gut was aus. Okay, den ersten hätten wir. Vivis MP sparen wir uns erstmal noch. Da, di, da, di. Giftnadelkonter. Ah, aber ich habe Gift und Galle ausgerüstet, wo es ging. Stimmt, sehr gut. Wir haben uns jetzt nicht vergiftet, weil wir eine Ability haben, die uns davor schützt. Die Abilities sind halt so wichtig in dem Spiel. Da, da, dam. Und auch ein richtig geiles System. Mir macht das richtig Bock. Hätte ich gerne auch in anderen Final Fantasy Titeln so gehabt. So, wo laufen wir eigentlich hin? Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir gerade hinlaufen. Dam, dam, da, dam, 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 da, dam. Ist der irgendwie special? Fettpresse. Ja, der ist special. Er will special ein paar aufs Maul. Da, 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 di, da, da. Ja, war ein netter Test, den sie da laufen hatten, aber kam offenbar nicht genug an, um es weiter fortführen zu lassen. Ich finde das Ability-System, ich feiere es übel. Ich finde, es ist das beste Level-System, Charakter-Entwicklungssystem, das es in einem Final Fantasy Titel gibt. Okay, es gibt hier nichts, Leute. Wir haben nichts gefunden. Schön. Boah, Hinterhalt. Shit. Boah, Vivi ist ja fast down. Wir müssen dringend Vivi healen. Dam, da, dam. Dam, 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 da, dam. Erstmal. Angriff. Dracothek. Was kann sie denn alles so? Nichts? Kann bisher nichts? Dann baller ich den jetzt erstmal weg. So, Vivi, du nimmst eine Potion. Oh, sie ist vergiftet, okay. Das Kämpfen macht so Spaß in dem Teil. Wenn schon, hat er gelernt. Schauen, was das war. So, erstmal ein Gegengift für... Ah, das hält gar nicht an bei ihr. Sie ist nicht mehr vergiftet. Okay. Ähm... Anlegen. Anlegen. Augen auf. Wenn schon, war hier. Kristallarmreif. Geld und Leben. Kann er mit dem Armreif lernen. Lernt er das mit was anderem schon? Nee? Dann lernen wir ihm... Ähm... Dann kriegt er jetzt einen schlechten Armreif für Geld und Leben. Da-di-dam-dam-dam-dam. Ich glaube, nach dem Sphärobrett waren alle weiteren Ability-Systeme nur Sphärobrett-ähnliche Skill-Trees, oder? Schreibt Gonzo. Ähm... Überlege gerade, wie es in Final Fantasy 15 war, aber da war es auch so. Das stimmt, ja. Die sind ziemlich bei dem System geblieben. Das kam aber, glaube ich, auch gut an. Das Sphärobrett-Äh-System. So, Potion aus dem Inventar geklaut. Ich glaube, dem hackt's. Mona, schönen guten Tag. Wie geht's dir? Da-da-dam-da-dam. Ich weiß nicht, warum, aber ich möchte Mona gerade Moni-Cannelloni nennen. Fragt mich nicht, warum ich das möchte. Ich will's einfach. Weil ich's kann. So. In 13 war es das Crystarium, was auch ein Geäst aus Skills war. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist bei den anderen Titeln nach dem Sphärobrett ziemlich dabei geblieben. Tackle. Tackle. Voll die Pokémons. Kürbisfalle. Uff. Autsch. Schwein. Hm. Ist aber gut zu wissen, dass die die Kürbisfalle können, weil ich meine zu wissen, dass Kürbisfalle eine Blaumagie ist, die man lernen kann. So. Ähm. This reminds me of something. Ich glaube, wir müssen mal gleich wohin, Leute. Basti, beim Kampf erstmal schön reinklauen. Auch Basti? Der klaut das von mir. Skandal. Ja, sorry. So, hier wollte ich hin. Genau hier. Ab. In den Sumpf. Ich finde es sehr schade, denn Teil 7, 8 und 9 hatten individuelle Skillsysteme. Wie gesagt, ich feiere halt das Skillsystem vom 9er Übel. So, wir sind in Kusmorast. Moni, Kanelloni. Guten Tag. Chefchen weiß echt viel, Kupo. Ah, hier ist der Mockmeier. Ich möchte nichts wissen. Ja, Feinde dürfen nicht klauen oder heilen. Das ist unfair. Ja, richtig, Domo. So, schauen wir uns mal hier genauer um. Ja, guten Tag, Sir. Sieh, Sir. Hungermampf. Will Frösche. Ich hole dir einen Frosch. Geh weg, geh weg. Frösche. Frosch gefangen. Nice. Da, da, da. Du haschst einen Frosch bei dir, Mampf. Der Frosch sieht gut aus. Ich liebe Frösche, Mampf. Wer oder was bist du denn? Ich. Mampf. Quinner, Leute. Wir haben endlich Quinner. Das ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus Final Fantasy IX. Volk, Kuh, Geschlecht, Unbekannt, Alter zwischen 70 und 90. Beidhändig. Quinner. So. Mach nur weiter, Basti. Das nächste Community-Treffen könnte interessant werden. Oh, ja. Äh, möchtest du etwa diesen Frosch hier haben, Quinner? Und wie, Mampf? Und wie, Mampf? Kannst du gerne haben. Nein, Mann, ein Wort. Mampf. Quinner hat einen Frosch erhalten. Das ist jetzt mein Frosch, Mampf. Quinner, mit dir ist es wohl auch noch nicht weit, wenn du auf die Frösche anderer angewiesen bist. Mampf. Die sprechen ja komplett, wie ich eigentlich spreche. Quinner, das Fangen unserer heimischen Frösche ist ein leichtes, aber der Weg des Essens ist lang und voller Tücken, Mampf. Aber Meister Quil, unsere Frösche sind göttlich, Mampf. Noch nie sind mir schaftigere Frösche begegnet als hier bei uns, Mampf. Dass du dich mit unseren Fröschen zufrieden gibst, zeigt nur deine Unerfahrenheit, Mampf. Die Welt ist groß und voller essbarer Dinge, die es zu verspeisen gilt, Mampf. Lerne neue Länder und ihre Spezialitäten kennen. Die Welt des Essens ist groß, Mampf. Es gibt auch noch andere Länder, Mampf. Daran habe ich nicht gedacht, mit noch schaftigeren Fröschen als hier, Mampf. Mahlzeit, Mampf. Frösche sind die Leibspeise des Kuhvolkes, Mampf. Andere Länder, andere Schnitten, andere Frösche, andere Köche. Dabei ist dieser Charakter nicht wirklich wichtig für die Story. Er ist völlig unwichtig, aber ich mag ihn total gerne, Gamer Girl. Ich glaube, man könnte jetzt auch nicht hier auf ihn treffen und dann erst später auf ihn treffen. Stay hydrated von Anni mache ich. Wir Kuhsch leben auch auf anderen Kontinenten, Mampf. Verteilt über den ganzen Klobusch, Mampf. Wer viel redet, muss viel trinken, das stimmt, Anni. Kennst du erstmal den Geschmack anderer Frösche, wirst du ganz von selbst den Weg des Essens beschreiten, Mampf. Ein Quinner ist mega lustig, Gamer Girl. Reichen da, würdet ihr Quinner mitnehmen und ihr ein wenig der Welt scheigen, Mampf? Solange es etwas zu essen gibt, wird er keine Probleme machen, Mampf. Okay, je mehr Verrückte, desto besser. Das ist wie mit Chat. Es ist halt exakt wie mit Chat. Je mehr Verrückte, desto besser. Gibt es auch viele Frösche, Mampf? Naja, es gibt vieles auf dieser Welt, das um einiges besser als Frösche schmeckt. Besser als Frösche, Mampf! Unglaublich, das muss ich alles probieren, Mampf. Ich komme mit, Mampf. Oh, ist das geil. Was ist denn los, Vivi? Der Chefkoch da. Der sieht fast genauso aus wie mein Großvater. Er sieht deinem Opa ähnlich, dieser Meister Quail oder wie der heißt? Ja, vielleicht kennt er ja meinen Großvater. Sieh da, ich gehe ein bisschen mit ihm reden. So. Was gibt es, Mampf? Habe ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Ähm, nein, aber... Kennst du meinen Großvater Quan? Einen alten Tatterkreisch, der so heißt, kenne ich nicht. Großvater Quan war wirklich etwas merkwürdig, aber woher kennst du ihn? Das kann ich dir nicht sagen, Mampf. Großvater Quan sah fast genauso aus wie du, Meister Quail. Natürlich, wir Kuhschein alle gleich aus, Mampf. Weißt du echt nichts über ihn? Nein, ich habe wirklich keine Ahnung, Mampf. Sehr verdächtig. Ich habe eine Theorie, Leute, ne? Ich habe die Theorie, dass er in Wirklichkeit Vivis Großvater ist und aus irgendeinem Grund es ihm nicht sagt. Ich meine, es ist eine Theorie. Kommen wir wieder, kann man nichts machen. Na gut. Wendelberger schreibt, Mampf bekommt man ja Hunger, Mampf. Total. Ich glaube, die wird in-game noch widerlegt. Ja, Streuner, okay. Kann sein. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr safe. So. Konnte Quinner mit Fröschefangen schon viel Erfahrung schammeln? Ich glaube nicht. So, wir haben jetzt Quinner im Team, Leute. Geil, endlich Blaumagie. Dann rüsten wir ihn mal aus. Gabel. Uh, wir haben schon eine Mistgabel. Vollmond bei beiden. Dann kann er ja eigentlich die bessere tragen. Lederhut, Weihrauch, hau den Lukas. Hiermit lernt er was. Dann gibt es einen Kristallarmreif. Das Baumwollkleid möchte ich für jemand anders aufbehalten. Er soll mal das Seidenhemd nehmen. Das passt schon. Okay, Accessoire. Haben wir aktuell keins für ihn. Dann Abilities. Dann, dann. Hau den Lukas. Vollmond. Gift und Galle. Sehr schön. Wird deine Theorie nicht durch die Geschichte widerlegt? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Wenn wir soweit sind, gehe ich nochmal drauf ein. Kann sein, dass ich mich gerade täusche. Schlimmer an Quinner ist, entweder Max Damage oder nur 9. Das stimmt. So, ich glaube, wir gehen mal noch kurz zu den Fröschen. So, Leute. Ab jetzt werden wir versuchen, alle Gegner zu essen. Quinner braucht immerhin Erfahrung. Frösche fangen. Einmal noch. Ja. So. Pass auf. Wir greifen mit ihm an. Dann greifen wir mit ihr an. Leuchtauge. Okay. Mit Zidane greifen wir einmal an. Und dann versuchen wir zu fressen. Ich hoffe, wir killen ihn damit noch nicht. Er fehlt. Das ist okay. Dann Vivi nochmal angreifen. Muss schwächer werden, Mam. Dann, dann. Nochmal mit ihr einen Angriff. Eisra. Verdammt. Jetzt ist er tot. Verdammt. Brauchst du eine Liste an blauen Magiegegnern oder frisst du einfach alles weg? Ich würde so ziemlich alles wegfressen. Also, wenn jemand im Chat mir sagen möchte, hey, der, ähm, den kannst du fressen oder den kann, der, der bringt nichts, dann sehr gerne. Also, ihr dürft mich gerne darauf hinweisen. Da dürft ihr richtig rein backseaten. Aber eine Liste schaue ich mir jetzt dazu nicht an, ehrlich gesagt. Zidane, darf ich noch ein paar Frösche fangen, Mampf? Gut, aber beeil dich. Vielen Dank, Mampf. So. Wir haben hier richtig die Frösche gefangen. Äh, fangen. Boah. Scheiße. Ich schäle, du bist fleischig, Quina. Ich muss die Tastenbelegung mal ändern. Ich muss mal gucken, ob ich die ändern kann. Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Ein Jadestein. Juhu. Hab Dank, Meisterquil, Mampf. Wer nicht aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe, Mampf. Ein Weibchen lassen und den Goldenen, schreibt Streuner. Ähm, ist dann ideale Vermehrung, ähm, gesichert. Also, dann, dann lassen wir den hier frei. Boah. Dürfen nur den Goldenen und den... Also, dann vermehren sie sich am schnellsten wahrscheinlich, oder? So. Ich wollte jetzt mal schnell schauen. Ich kann jetzt nicht aus dem Minigame raus. Shit. Ich hab nämlich immer alle gefangen. Dann hat's halt lang gedauert, bis die wieder da waren, sozusagen. Komm schon. Den hätte ich gerade kriegen können. Komm schon. Yes. So. Der goldene ist King. Ich schäle mich fleischig. Du bist auf dem besten Weg. Die geheimischen Essens kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Und einen Äther bekommen. Ab Dank Meisterquäl, Mampf. Ich werde nicht aufgehen, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe, Mampf. Also macht es wirklich einen Unterschied, ob ich da... Ja, muss es ja. Sonst werden die ja nicht als weiblich und männlich betitelt. Fast hätten wir ihn gehabt. Schon. Ja, es macht einen Unterschied. Okay. So. Sollen wir uns jetzt einen Stress machen wegen dem einen hier noch? Ist doch egal, oder? Boah! Boah! Habe ich dich. Okay. So. Dann lassen wir die jetzt hier so zurück und belassen es dabei. Ja, es macht einen Unterschied. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wiener bist du bedient? Gar nicht so schwer, die Frösche. Hier zu fangen Mampf. Habe genug Mampf. So. Jetzt versuchen wir nochmal den Froschgegner zu triggern und den zu fressen, weil ich glaube, von dem kann man was lernen. So, renne ich nochmal hier ein bisschen rum. Dam, 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 dam. Ich muss schon wieder pinkeln, Leute, ey. Ich trinke so einen Acht-Kräutertee, der scheint übel zu treiben. Da ist bestimmt Brennnessel drin oder sowas. Aber wie auch immer die heißen. Probier ich auch mal einen zu essen. Draco-Lurch. Ixilotls. So heißen sie richtigerweise. Äh, warte mal. So. Okay, das war zu viel. Das war auch zu viel. Jetzt pass auf. So, das wird funktionieren. Nasshauch. Das kann ich von denen lernen. Das ist blaue Magie. Ganz safe. Uh, die ist auch strong. Okay, fressen. Im Volksmund auch Grottenolm. Nasshauch gelernt. Nice. Immer auf die kleinen Dicken. Dann such jetzt mal eine... keine Liste. Es findet sicher immer jemand, der dich drauf hinweist. Ja. Ein Weib... äh, das haben wir schon. Äh, von kleinen Roten sollte es wirklich Kürbisfalle geben. Allgemein glaube ich, dass um die Kuhsümpfe immer eine Handvoll Gegner fressbar sind. Mit Analysen natürlich deutlich einfacher zu fressen, ist klar. Gut. Sollen wir jetzt noch einen Frosch triggern? Puh, wir sind ganz schön hier schon lädiert, ne? Alter. So, wir tatsächlich mal noch einen Frosch triggern. Schauen, ob wir den auch fressen können. Ich finde Ixylotels... Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, aber ich finde sie total cool. So, okay. Das können wir als Farming ansehen. Ich würde den mal Blitz um die Ohren ballern. Habe ich Blitz? Ja. Die machen schon übel Schaden. Da, di, da, 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 da... Axolotls sind mega. Finde ich auch. Komm, noch eine Kröte. Puh, warum kommt denn jetzt keine Kröte mehr? Also wir greifen normal an, das sollte reichen. Ah ne, okay. Pass auf, wir machen das doch so. Schwarze Magie. Mal Blitz für alle. Boah, Zidane ist in der Trance. Na dann. Chat wird gefachsindelt über Axolotl und Grottenolme. So was habe ich auch im Kopf tatsächlich, Oli. Gift und Galle gelernt, sehr gut. Schauen wir mal. Anlegen bei Vivi. Dann beim Kristallarmreif. Gut, das ist eh das Beste, was er tragen kann. Das ist okay. Ähm... Warte mal. Boah, wir müssen heilen unbedingt. Wir müssen Potions kaufen, Leute. Uff. Ah, ich will schon die ganze Zeit was ändern hier. Ähm... Einer von den Mods. Könnt ihr bitte den Spam von Mona rauslöschen? Das ist mir ein bisschen viel. Mh-mh. 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 Dann das Problem ist... Es ist sowas ba... Sowas ähm... Kill.. Killt halt alle anderen Nachrichten, die davor waren. Mein Chatfenster ist halt auch nicht unendlich groß. Dum dum dum! Mh-mh. 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 Mh-mh-mh. So. Aber für so ausführliche Diskussionen gibt es ja Discord. Alles ist auch gut, Mona. Ich wollt nur drauf hinweisen. Was wollte ich denn jetzt? Optionen Ich will schon die ganze Zeit was umstellen Jetzt pass auf Soundeffekte, ja, es ist alles okay Animation Fortbewegung, gehen, rennen Sollen wir eigentlich mal standardmäßig rennen reinmachen? Mach das mal rein, probieren wir mal Texttempo, Kampftempo Das ist alles okay, Kamera, Auto und fixiert, Animation zu Kampfbeginn Fingerzeiger ein, Fensterfarbe haben wir, Vibration Ein, wieso habe ich die aus? Bin ja natürlich ein Steuerungstutorial, Kampftutorial zum Titelbildschirm Ich kann nicht die Tastenbelegung ändern für das Spiel Das ist nervig Okay So, ähm Wir machen aber auch gleich Feierabend, ich verdrück mir das Pinkel noch, bis gleich, bis wir Feierabend machen Wir versuchen hier noch einen Frosch zu kriegen Das probieren wir noch So, Frosch Sehr gut Dam, dam So, wir lassen einmal Zidane draufballern Okay Lassen, wir probieren mal zu fressen Ansonsten Ansonsten darf Vivi mal nochmal angreifen Sie soll abwehren Er soll von mir aus klauen Das ist okay Muss schwächer werden Okay Dann soll Vivi noch ein bisschen Schaden machen Vivi hat verfehlt Dun, 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 dun So, Abwehr Angriff Angriff Klauen Fressen Habe nichts Muss schwächer werden Oh, das ist jetzt aber hier So, fressen Krötenfalle gelernt Nice Gleich mal schauen, was die macht Tastenbelegung sollst ganz am Anfang Vom Starten Vorm Spiel ändern können Echt Habe ich das verpasst Oder hat den Hau den Lukas gelernt So Hau den Lukas Oh, das war hier Kristallschild Das könnten wir jetzt theoretisch Jemand anderem geben Wir legen das mal ab Ähm Kann ich hier Wie kann ich ihn ablegen Hier Da, dam, dam So Hat Freya schon hier Sie hat ein Accessoire Quinner Kannst du was lernen Mit dem Kristallschild Ja Uh Gift und Galle Und Hau den Lukas Aber lernt er schon mit was anderem Kann ich das dann woanders rausnehmen Kristalle am Reif ist eh das Beste Hau den Lukas Könnte er Aber es bringt ihm halt auch nicht wirklich was Geht Stärke runter Zauber runter Dann lasse ich das Kristallschild Tatsächlich lieber bei Vivi Weil das Stärke Weil das Zauber erhöht Ein Zauberreflex Beziehungsweise Freya Kann die da nachher was lernen Lieben Brotes Kristallschild Uh Uh Aber Sichi Die soll den nehmen Okay Die lernt gleich zwei Dinge Sehr gut Äh Dann schauen wir mal Ist für Vivi vielleicht Die Schuhe Okay Die erhöhen Zauber Aber er lernt dadurch nichts Quina Er lernt auch nichts Würde auch Zauber erhöhen Dann geben wir sie Ähm Vivi So Hallo Chris Und hallo Luluxtream Huch das ist ja nett Vielen Dank für 10 Bits Luluxtream Dankeschön Herzlich Willkommen So Freya trägt Wüstenstiefel Lernt aus denen nichts Genau Olli Habe ich ja jetzt gecheckt So Dam 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 Okay Die Krötenfalle Wollte ich noch schauen Was die macht Dam Dam Nasshauch Haben wir jetzt Wie wird der beschrieben Flächen wie sie erteilt Wasser Elementaren Schaden Das ist schon mal geil Die Krötenfalle Je nach Anzahl Gefangener Frösche Ändert sich die Schadensgröße Ah Nice Okay Dann raus hier So Ich würde versuchen Noch diesen pinken Gegner Zu fressen Mit der Kürbisfalle Das würde ich auf jeden Fall Mal noch probieren So ein bisschen Level Progress noch machen Halt Ich wollte doch gar nicht Hier rein Aber speichern Sollte ich vielleicht mal Aber wir machen dann gleich Auch Feierabend Ne Ich muss halt noch Baby gucken gehen So Der war irgendwo Warte mal Ich muss meinen Blickwinkel ändern So Irgendwo weiter unten Fanden wir diesen Lila Typen So Was sind das für Gegner Crabs Crabs Kann man die essen Weiß das jemand Greifen erstmal den an Sturmkrebs Dann greifen wir den an Dann versuchen wir gleich mal Moment hier Greifen den an Und versuchen dann den hier zu fressen Und versuchen dann den hier zu fressen Dann 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 Tontauben Es werde Licht Und Kannibale Nice Ich hoffe, Quinda hat eine Krabbenzange dabei. Das werden wir sehen. Aurora, Xutoshut, das da, das da. Lederpanzer. Hier gibt es aktuell nichts zu lernen. Okay, er braucht das Halstuch nicht mehr. Ich lege das mal ab und schaue, ob die anderen was mit dem Halstuch lernen können. Freya, schauen wir mal. Kristallschind lernt sie schon zwei Dinge, ne? Oder müssen wir bei ihr noch Abilities reinhauen? Quinda. Habgier, okay. Und wie sieht es bei Vivi aus? Er hat eh die Wüstenstiefel. Halstuch, okay, und damit lernt er auch nichts. Sehr gut, dann kriegt Quinda das Halstuch. So, erstmal bei ihr. Was haben wir da? Hau den Lukas und Bodyguard und Gift und Galle. Ja, ich würde ihr Gift und Galle geben. Das ist immer gut. Genau. Habgier, was macht das? Erhöht Preisgeld. Uh, kriegen wir mehr Geld. Können wir Vollmond rausnehmen und nehmen lieber Habgier rein. Vollmond ist ja glaube ich nur, dass das Limit schneller steigt. Trostzustand, ja. Da, dam, di, dam, 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 dam. Die, du, du. So. Uh, Hinterhalt. Hm, hm, hm. Gamergirl schreibt, ich bin zwar Veganer, aber ich glaube nicht, dass Krabben ungniesbar sind. Äh, aber die hier schon, guck mal. Die sieht jetzt nicht so lecker aus. So ein bisschen groß. Hm. Hm, hm, hm. Ich glaube, ich will einen Plüschquinner haben. So einen richtig großen, den ich hier ins Büro stelle. Gibt's sowas? Kostet bestimmt ein Vermögen. Äh, äh. Da, die. So, wenn wir schon mal am Tor sind, glaube ich, dann könnten wir noch mal ein paar Potions kaufen gehen. Dum, 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 dum. Kann ich die hier fressen? Das ist die Frage. Wir werden es herausfinden. 288 war guter Schaden. Fressen probieren wir mal gleich. Da, die, dum, 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 dum. Muss schwächer werden, Mampf. Abwehr. Mit dir klauen wir. Oh, da verfehlt er, der Vivi. Scheiße. Antidot geklaut. Ähm. Ja, eine Phönix-Feder, ne? Hier, für Vivi. Scheiße, ich hätte Vivi gleich noch eine Potion hinterherhauen sollen. Oh, Mensch. Bumm. Vivi. Okay. Ähm. Pass auf. Item. Potion. Ja. Sehr gut. Auf Vivi. Leck mich doch. Mann, ey. Was ist mit... Okay. Folgendes. Als erstes. Wird jetzt mal einer von beiden weggeballert. Danke. Ade. So. So. Dadi. Dadam. So. Potion. Auf Vivi. Fressen. Fressen. Ah, ne. Den konnte ich noch gar nicht fressen, ne? Na, egal. Und setzt der Vita ein, ey. Fahr doch zur Hölle. Okay, warte. Machen wir so. Jetzt greifst du nochmal an. Vielleicht nochmal einen Angriff von ihm. Jetzt ist er tot. Lasse ihn. Danke, Olia. So. Ich glaube, wir gehen erstmal kurz einkaufen. Mann, ey. Ein Zelt vielleicht benutzen? Erstmal zelten. Komm. Hättest Quinn auch Nepomuk umbenennen können. Ich will dir fressen. Stimmt. Halt! Nicht rausrennen, Mann, ey. Um jetzt zu dumm, das Spiel hier zu bedienen. So. Ich will unbedingt die Kürbisfalle noch leeren. Das ist mein Ziel heute noch. Wenn wir die Kürbisfalle haben, dann machen wir Feierabend. So. Speichern. So. 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 Also. Kaufen. Erstmal geizen wir hier nicht rum und nehmen uns mal 28 Potions mit. Nochmal ein Zelt. Phönix-Federn könnten wir auch vielleicht mal noch 8. So. Nice. So. Wir haben auch gut gegrindet. Da haben wir wieder ein bisschen Geld übrig. Das Fan schreibt, was? Du gibst Geld aus? Ein bisschen. Dämm, da dam, 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 dam. Prani, vielen Dank mit den Raid, für den Raid mit 5 Leuten. Dankeschön. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich auch gleich Feierabend mache. Dann werdet ihr noch weitergeradet. Es tut mir leid, ja. Aber vielen Dank für den Raid, Prani. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream bei Prani. Keen Lickl schreibt, hallo Final Fantasy. Nee, das ist nicht 7, sondern 9. 9 ist das. Auch nicht 8, es ist 9. Wie kannst du es wagen? Es tut mir leid, Prani. Und tröstlich. Was habt ihr gespielt, Prani? Genau, 9 ist es, Keen Lickl. So, kann ich die fressen? Ich glaube nicht. Aber beklauen kann ich sie. Echo Kraut, geil. The Witcher, welcher Teil? Pestizid? Geil. OG, der Erste. Wow, nice. Richtig cooles Spiel. Geilo. Den ersten Witcher-Teil. Den fand ich richtig fantastisch. Ist in die Jahre gekommen, aber ein tolles Spiel. So, ähm, wer hat was gelernt? Ich glaube, Zidane. Garnreif, Lederpanzer. So, da haben wir nichts. Wer hat jetzt was gelernt? War es Freya? Oh ja. Weihrauch. Okay, dann gibt es mal den Eskatschen. Dann lernt sie Weihrauch. Ist ein bisschen schwächer dadurch. Macht nix. So. Okay. So ist es, Olli. So ist es, ja. So, ich will jetzt diese hüpfenden, bunten Dinger haben. Mit der Kürbisfalle. Das machen wir heute noch. Wir wollen die Kürbisfalle lernen. Und das Schicksal ist uns hold. So, ähm. Wir greifen an mit ihm. Stirb bitte nicht. Und jetzt crittet er. Ich hasse ihn. Mann, ey. Jetzt crittet der Trottel. Ah, Götterspeise gelernt. Ähm. Götterspeise. Mit was hat er das gelernt? Hier. Bronze, Hanisch. Könnte das tragen. Einfach nur der Stärke wegen. Aber das sparen wir uns mal noch. Dum, dum, dum. So. Können wir eigentlich was? Ich hab mir hier noch stehen. Armreif und Zipfelmütze für ein Baumwollkleid. Wisst ihr was? Ich geh gleich mal nach Lindblum noch rein und bastel mir noch schnell ein zweites Baumwollkleid. Ist ja super günstig. Weil Vivi kann das echt brauchen, das Baumwollkleid. Und ich möchte eben eins auf jeden Fall übrig lassen für, ähm, für Lili. Und ich möchte jetzt kommen. Boah ey, sie lernen jetzt alles hier. Was geht denn ab bei denen? Also, ähm, da gibt's nix anderes, da auch nicht. Armreif hat er, kann ein Kristallarmreif tragen. Das haben wir alles. Bodyguard ist in Bronze, die Bronze-Rüstung, Kristallschild läuft. Kristallarmreif, okay. Okay. So, ich will doch nur die Kürbisfalle lernen. Das ist alles, was ich heute noch will. Baumwollkleid mache ich dann das nächste Mal, glaube ich. Dam, 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 dam. So, kann man ihn essen? Haben wir schon mal probiert. Ball an da einmal rein. Du klaust einmal. Sie greift einmal an und du probierst zu fressen. Auch gecrittet. Crittet doch einfach nicht die ganze Zeit. Mann, ey. Sie ist Drachentöter? Meinst du deswegen vielleicht gecrittet? Dum, 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 dum. Geht's mal Gulasch atmen und Knödelregen erlernen. Viel Spaß noch beim Gegner füttern. Dobo, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Sonntag. Und gerne bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg beim Erlernen. Du schaffst das. So, Gift und Galle. Komm, diesen einen kleinen Hopser. Den werden wir jetzt noch hinkriegen. Grindarino. Da, die, da. Ich probiere mal, einen Käfer zu essen. Ich probiere mal, einen Käfer zu essen. Ja, bis zum nächsten Mal, Domo. Nächsten Sonntag gibt's das wieder. Räuberauge, Augen auf und tschüss. Was macht Räuberauge? Hm? Nächster Angriffsvorteil. Okay. 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 Dum, 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 dum. Du musst schwächer werden. Räuberauge siehst, was klauen kannst. Ja, habe ich gerade auch gelernt. Da, da, dum, di, dum. Da, da, dum, 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 dum. Jetzt Gravitas können wäre nice. Das wäre der Shit. So, aber jetzt müsste es doch dann hinhauen. Dum, 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 dum. Tadam. Arsch der aus! Hm. 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 Boah ey, ist das mühselig. Mann ey, diese Qual. Wahrscheinlich ist er ungenießbar. Das gibt's doch nicht. Verfehlt, ne? Da brauchen wir's gar nicht probieren. Können wir mal hier Abwehr, Abwehr, Angriff, fressen. Es ist ne komplette Qual grade, ey. Ist aber nur mühselig, weil du es jetzt direkt mit der Brechstange versuchen willst. Du hast kein Gravitas, keine Analyse. Dann musst du jetzt durch, wenn du mit einer Gabel in den Garten umgraben willst. Ja, nu? Kürbisfalle gelernt. Easy! Easy, das heißt jetzt brauchen wir den Pinken nicht mehr fressen. Sehr gut, Leute. Ich weiß zwar nicht, was Kürbisfalle macht, aber... Ich finde, ich hab mir jetzt erstmal ein Zelt verdient. Und ein Speichern. Wir schauen noch schnell, was Kürbisfalle macht. Hippi, puray! Ja! Den Kampf nehmen wir auch noch schnell mit. So, probieren... Okay, wir probieren die hier noch schnell zu fressen. Dum-di-dum. Dum-da-dum-da-dum. Dum-di-dum. So. Oh. One-Hit. Okay, scheiß drauf. Ein Kampf zum mitten hin, bitte. Genau. Ach, schön. Das Spiel macht so viel Spaß, Leute. Könnte den ganzen Sonntag weiterzocken, aber ich muss gleich ins Relife, in dieses furchtbare Relife. So. Wir gönnen uns ein Zelt, speichern und ihr dürft euch schon mal überlegen, wo ihr hingeradet werden wollt. Wenn nicht, schaue ich bei mir in die Liste, falls ihr keine Vorschläge habt. Real Life, schreibt Mona. Dieses furchtbare Real Life, du weißt. Hey, zu Tina, obwohl sie nicht bezahlt hat? Ich glaube, dann würde ich tatsächlich zu Tina gehen. Wie, krass. Real Life, scheiß Grafik und der Multiplayer funkt nicht.